Ja, willkommen zum GateNews.de Podcast. Der unglaubliche, wunderschöne Tango-Freund Brutzer. Moin Moin. Der liebe Mathis aka Advanced. Ja, ich weiß nicht, ob ich den gucken muss. Der, der auch immer da ist, ist der Werdener Warnitas. Ja, Ben. Ich hoffe, das war jetzt richtig, ich denke mal schon. Ich habe Silvari angebaut. Fröhliches Quagga-Wee. Der Urwald-Frosch-ist-Kühlschrank. Und du hast aber coole Blink-Schuhe, die will ich auch haben. Dann Wurter für so eine halbe Stunde richtig leise. Das ist der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Der aggressive Jäger, das Faultier. Mache Millionen, um kleine Kinder an Tabak zu gebüren. Herrlich. Für uns ist es ein kleines Achievement. Jetzt antworte, was du für eine Pizza isst, Alter. Margarita. Margarita. Margarita, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Gate-News-Podcast Nummer 179. Und ich bete dafür, dass ich nirgendwo einen Tab habe, in dem es gleich komische Geräusche macht. Aber noch sieht es ziemlich gut aus. Und ja, freue ich mich zu einer neuen, lustigen Podcast-Runde mit drei Mitmoderatoren. Und immerhin drei Viertel mit Kamera. Und zuallererst begrüße ich, wie gehabt, die Person, die sich immer bewegt, auf die ich mich verlassen kann. Dass sie mit Bild vor Ort ist. Hallöchen, Margarita. Guten Abend. Wenn ich schon keine Qualifikation habe, dann habe ich wenigstens das Bild. Wer auch ein Bild heute da hat, aber noch falsch betitelt ist, wie ich Boutique gerade selbst gemerkt habe, ist nicht Dürden. Nein, der ist heute nicht da, sondern Tigerpfötchen. Guten Tag. Aber ich glaube, ich bin doch Dürden. Ich wäre lieber Dürden. Ich tritt nämlich in zu große Fußstapfen, muss ich ja ehrlich gestehen. Hältst du den Druck aus? Ja, gerade so. Aber der Name irritiert mich schon sehr, sehr stark, weil es ist einfach zu schwer, Dürden zu ersetzen. Aber vielleicht kann uns eine gewisse junge Dame, die natürlich heute auch mit Webcam am Start ist, vielleicht ein bisschen dabei unterstützen. Und das ist die gute Fashion-Fuchs. Die gemutet ist. Und, ja. Die klubbt gemutet ist. Hi. Seht ihr, das passiert nicht nur mir, ja? Das möchte ich an dieser Stelle betonen, dass man ... Schmerz, mir darf das passieren. Ja. Die typischen Ausreden. Nein, bevor ich anfange, meine Mitmoderatoren zu bashen, und das wird heute im Laufe des Tages sowieso noch passieren, schauen wir vielleicht einmal ganz kurz durch die Themen, die wir heute haben. Und zwar habe ich lustig und froh entschieden, dass wir gleich erst mal mit so ein paar internen Dingen anfangen. Da freut sich Maren und kann sich dann schon wieder halb ausklinken. Ach gut, ich gehe noch mal Kaffee trinken. Wenn ich meine Monologe halte. Es gibt so ein paar, oder ich habe mir jetzt ... Nee, egal, komme ich gleich zu. Also ein paar interne Dinge, auch zum Thema unserer Guides und unsere Projekte, die wir so in nächster Zeit umsetzen werden. Dann sprechen wir so ein kleines bisschen über das Mondneujahr. So richtig, richtig viel gibt es da ja nicht. Ähnelt sich ja sehr, sehr stark dem Vorjahr. Ähm, dann haben wir noch einen Haufen News, die wieder über Reddit kommen. Äh, QT hat ein paar Sachen, äh, geupdatet. Es gab, äh, es gibt Neues im Fall, äh, verrückter Münzenkäufer. Und natürlich, äh, Lake Doric, das große Thema der Woche, werden wir hier behandeln. Und ja, zum Abschluss haben wir wieder ein bisschen PvP. Äh, sprechen über das kommende PvP-Turnier, äh, organisiert von Hellset. Und aufmerksame Leser haben wir schon gesehen. Dazu wird es auch einen Livestream, äh, von unserer Seite wieder geben. Uhuhu, uhuhu. Bevor wir zu all diesen spannenden und total tollen Dingen kommen, äh, hab ich wieder meine, meine, äh, Lieblingsaufgabe für euch. Die Geschichte der Woche. Irgendwas Spannendes. Das ist, das ist das Schöne. Es ist etwas, was ich jede Woche mache. Und es ist etwas, worauf nie jemand vorbereitet ist. Doch, du vergisst immer deine Glühbirne zu kaufen, also kannst du das ja auch mal vergessen. Ja. Ich hab, ich hab mal ne Frage, ist das eigentlich nur in-game spezifisch oder sind das allgemein Sachen, die uns passiert sind? Ich glaub, es soll allgemein sein, aber ich hab zumindest nie etwas, was ich jetzt, äh, redenswert nennen würde. Ja, ich hab was, was mir letzte Woche passiert ist. Und zwar, ähm, ich hab, ich bin, äh, als Nebenjob mach ich, äh, hier für die, äh, für die, für die Karikas, ähm, fahr ich für ältere Leute Essen aus. Also das ist halt Essen auf Rädern. Und mir ist das passiert, dass ich auf einer, auf einer Kreuzung bei uns in der Stadt, ähm, sind, also diese Kreuzung verbindet das Stadion, eine Berufsschule, den Bahnhof und die Polizei. Also eine riesig große Kreuzung. Und ich fahr mit dem Auto halt hinter so, so einen schwarzen Kleinwagen und, ähm, urplötzlich wird's grün und der schwarze Kleinwagen hält an und kurbelt das Fenster runter. Und dann macht er die Tür auf und dann seh ich, dass das mein Kunde ist, zu dem ich hinfahren soll. Also, geht dieser Kunde dann von seinem Auto mitten auf der Kreuzung zu mir nach hinten, um mir kurz zu vergewissern, dass er nicht zu Hause ist. Geht zurück. Und in der Zeit fängt ein Hubkonzert ungeahnten Ausmaßes an. Bei uns hatten sich irgendwie 10, 15 Autos nach hinten aufgereiht. Und alle hupten energisch ohne Ende, weil dieser Mann da mit seinem Auto stand. Und, ja, es löste sich halt dann auf, dass der Mann wirklich nicht zu Hause war und ich ihm das Essen dann einfach vor die Tür gestellt habe. Ähm, aber das hat einen Verkehrsstau ausgelöst, der bei uns sogar in der Zeitung war. Das fand ich extrem lustig. Das heißt, Tigerfüllchen stand indirekt in der Zeitung. Finde ich gut. Genau. Ähm, ja, das einzig Spannende, was eigentlich mir in der vergangenen Woche passiert ist, ich hab ja angefangen mit meinem lustigen Bronzern. Äh, Projekt. Und ich könnte zig Anekdoten aus den Matches da erzählen. Und ich weiß, dass ich von Tigerfüllchen schon häufig genug geflamed wurde dafür, dass ich da auch nicht perfekt gespielt hab. Aber es ist sowieso ganz interessant, äh, muss ich sagen, wie doch ganz anders, äh, das Leben da unten ist. Da unten? Das klingt auch schon wieder so, 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 ne? Weil Peasants in den Slums. Also, also, Sputti, du lässt dich herab mit dem niederen Gefolgen der Bronze, Elo, zu spielen. Nein, nein, aber das, das, das Ding ist, ähm, das, also das für mich Schlimmste daran ist, dass eigentlich gar nicht die Leute so scheiße spielen. Also, manche von denen spielen halt gar nicht so scheiße. Sondern das Schlimmste ist, wie unglaublich desinteressiert sie daran sind, was um sie herum passiert. Also, also, zum einen erstmal, ich hatte kein Match, und das, da schwöre ich Stein und Bein drauf, kein Match bisher. Und ich glaub, ich steh 24-1 aktuell. Kein Match, in dem nicht mindestens einer aus dem Gegnerteam oder einer aus unserem Team den Anfang verpasst hat. Denn noch so fünf bis zehn Sekunden, nachdem das Match eigentlich losgegangen ist, erst sich aus der Base anfängt zu bewegen. Ja, also die Leute interessieren sich gar nicht dafür, wann das Match eigentlich losgeht. Und dann hab ich immer wieder Leute, die komplett ignorieren, was ich im Chat schreibe. Und ich versuche immer so ein bisschen mit den Leuten zu kommunizieren und so ein paar Tipps weiterzugeben oder sowas. Es wird halt eiskalt ignoriert. Es ist total egal, ob schon jemand am Punkt cappen ist oder nicht. Oder ob es sinnvoll wäre, den zu viert oder zu fünft zu cappen. Es kommen halt doch alle zu einem hin und cappen dann wirklich den Punkt zu zweit oder zu dritt. Ich kann auf der Karte pingen und zeichnen, was ich will. Weil es ist total egal. Jeder spielt so sein Spiel wirklich durch, hab ich das Gefühl. Mag nicht für jeden gelten, aber für einen Großteil der Leute, denen ich da unten halt begegnet bin, ist halt das das große Problem. Das Spielerische ist es noch nicht mal. Ich hatte viele interessante Eins-gegen-eins-Situationen. Ich hatte viele Duelle, wo ich auch gesagt hab, die Teams waren einigermaßen ebenbürtig, ohne mich jetzt irgendwie auf der einen Seite zu haben. Hätte das sicherlich auch das andere Team gewonnen. Oh, das klang auch schon wieder überheblich. Aber, ne, das Schlimmste ist, dass denen halt so scheißegal ist, was um sie herum passiert. Und das hat mich so ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen. Ja, wir können mal ganz kurz erzählen, der Sputti und ich, wir haben heute auch sehr, sehr viel PvP gespielt. Oh Gott, red nicht gut. Und, ähm, wir müssen, also ich muss da ernsthaft sagen, wir hatten ganz am Anfang, auch wenn's mir nicht geglaubt wird, ähm, in, ähm, Unranked Arena nur Leute, die in den Top 200, also da war mindestens eine oder zwei aus den Top 200 Europas. Und man kann das mal ganz kurz erzählen, wir haben alle Offroad gespielt, ich hab Krieger gespielt, Sputti und Dieb gespielt und wir waren, wurden gnadenlos zerstört. Das ist, ich hab immer geschrien, dass die Rotations von denen einfach zu krank waren. Die wussten genau wann, wo, die wie zu stehen haben. Wir haben gnadenlos auf den Sack bekommen und, ähm, die letzten fünf Spiele haben wir zum ersten Mal Gegner bekommen, die vielleicht in unserer Liga waren oder ein bisschen da drunter. Und, dann haben wir die genauso gebasht, wie wir vorher gebasht wurden. Und, ähm, wo ich das Problem sehe, ist, dass auch viele Leute, also auch wenn jetzt da draußen einer ist, der sagt, ich bin vielleicht nicht so gut, guckt euch bitte die momentanen Meta-Bilds an. Weil, ich hab auch oft in diesem, in dem Sputti-Video gesehen, dass es zum Beispiel Krieger gab, die keinen Schildreflekt hatten. Und das ist momentan eine mega, mega wichtige Tradeline. Ja, also, ich, aber ich muss auch sagen, also, Meta ist noch nicht mal das ganz, ganz große Problem. Da waren einige sehr, sehr merkwürdige Bilds dabei. Aber es ist wirklich diese, diese Ignoranz deinem eigenen Team und auch den Bewegungen deines Gegnerteams gegenüber, weißt du? Wenn halt jemand auf Close steht, dann steht dir der Uncapped, du musst nicht als Zweiter dahin kommen und cappen. Du musst nicht als Dritter dahin kommen und cappen. Und du solltest dich auch nicht dahin bewegen, wenn jemand auf deiner Karte anfängt, wie wild weiße Striche zu zeichnen, dass du da bitte nicht hingehen sollst und dir das auch zusätzlich noch flüstert. Ne, das sind so die Momente, wo ich dann anfangen würde, wo ich so ins Grübeln käme, sollte ich das vielleicht nicht machen. Zum Beispiel ein paar Matches mit, äh, mit, äh, warte, mit wem hatte ich denn da gespielt? Ich weiß gar nicht, ich glaub's war mit Frostball, oder war's? Ich weiß gar nicht, mit wem. Der hat mir im Whisper geschrieben, ähm, wo ich jetzt als nächstes hin sollte. Und ich hab das dankbar, also da auf meinem Hauptaccount, und ich hab das dankbar entgegengenommen und gesagt, ja, da geh ich da hin. Der wird schon wissen, was er von mir will. Ähm, und dass sowas halt komplett ignoriert wurde, war mir so ein bisschen weh. Der, der eine, der, wo wir nachgeguckt, also ich hab immer die Leute nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, ähm, der war auf Platz 200. Und das erste, was passiert ist, und was ich auch super wichtig finde, kommuniziert am Anfang eines Spiels mit eurem Team. Sagt, wer geht fahr, wer geht mitte, ob ihr vielleicht sogar, äh, also close und fahr zum Beispiel geht, nur drei gehen mitte. Kommuniziert das mit eurem Team. Wir hatten nämlich einen Dieb, der geschrieben hat, ich gehe direkt fahr. Und dann hat einer dieser Top 200 einfach geschrieben, ja, kennst du denn bitte auch jedes Matchup auswendig? Nein, er hat gesagt, nein, er hat geschrieben, äh, okay, du kannst das machen, aber du wirst jedes Matchup verlieren, weil du nicht, weil du Unfavorite bist. Genau, 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 genau das war's. Und dann hat er halt auch tatsächlich, äh, kurzzeitig eingesehen, dass er gesagt hat, ja, ich bin wahrscheinlich Unfavorite, ist aber trotzdem dahin gelaufen. Das ist so diese Ignoranz, die mir dann irgendwie wehtut, ne? Wenn ich halt selber zu mir sage, okay, er hat wahrscheinlich recht, ich mach's aber trotzdem. Mach's halt nicht, dann. Das ist vielleicht so als, als kleine allgemeingültige, äh, Regel, was ihr euch so ein bisschen aus der Geschichte mitnehmen könnt. Ich weiß nicht, Maren, weil wir eben noch bei Geschichten waren, irgendwas Spannendes, äh, aus der Welt der Fashion-Fuchs in letzter Zeit. Äh, nur Droplock, aber sonst als bei Alten. Droplock? Was denn? Äh, Leinsam-Ernteknoten aus dem, aus der Truhe. Mmh, mmh. Mmh. Ja, da, du hast ja meine Truhenöffnung gesehen heute. Ja, ja, das war auch ganz, ich, ist halt ärgerlich, oder, ne, das Mini kann's nicht verkaufen, stimmt. Nee, nee, das ist. Garderoben freischalten, ist halt dann ärgerlich. Das ist das Einzige, was auf meinem Account funktioniert, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich habe null Droplock mit Schwarzen Löwentrunen, aber mit Garderoben freischalten. Garderoben freischalten und ich, ne, nach, ähm, was hatte ich denn noch? Ich hatte sonst auch immer, immer so mega Zeug in den Garderoben freischalten. Du hast heute, glaube ich, in dem Video locker 1000 Gold gemacht. Ich habe sogar drunter geschrieben, warte, äh, 50, 100, 750, ähm, 950 und 1000 Edelsteine. Was sind 1000 Edelsteine gerade wert? Bestimmt mehr als 50 Gold. Also ja, definitiv über 1000 Gold Garderoben freischalten. Beim Halloween-Patch war das, glaube ich, auch so hart. Genau, da habe ich vier, ähm, vier, äh, Waffen-Skins, die normalerweise in der Schwarzwöwentruhe, äh, die unter Schwarzwöwentickets zu finden sind. Auch im Gesamtwert von über 700 Gold gemacht. Bei den allerersten Öffnungen. Also, Garderoben freischalten und ich, wir sind uns eigentlich ganz grün. Ähm, der, die Truhe an sich und ich, wir haben noch, noch so ein bisschen was, was wir aufarbeiten können. Aber für den Fall, äh, dass ihr das noch nicht gesehen habt, ne, wie, wie ich es jetzt eigentlich immer handhabe, ähm, sobald es Änderungen an der Schwarzwöwentruhe gibt, saisonales Item oder auch neue Gegenstände da drin, das ist ja jetzt aktuell auch wieder der Fall mit einer Miniatur, äh, mach ich so ein lustiges, äh, Sputti öffnet 25 Schwarzwöwentruhen-Video und ihr könnt dann mit mir fiebern, mit mir leiden und schauen, was am Ende dabei rumkommt. Ist eigentlich ganz lustig, ähm, ist halt nur eigentlich auch eine tierische Geldverschwendung, wenn man ganz ehrlich ist. Im Moment definitiv. Ja, ich hätte, also mal abgesehen, jetzt würde ich von den Garderoben-Freischaltungen, und da hab ich halt nur, nur Stuff, der, der, den ich eigentlich gar nicht haben möchte, ist da eigentlich auch nichts, was, was wirklich wertvoll wäre, außer eben diese permanenten Sachen, aber permanente Umstyling-Kids. Den Hahn bekommen. Das ist ganz cool. Ach, der Hahn. Ich brauch davon dann noch ein Bild übrigens, weil ich hab keinen für den Screenshot. Weil ich hab ihn nicht. Ich hab ihn getroppt. Ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, ich spiel momentan nur noch auf B2 Efficiency, das heißt, ich geh nur noch auf Account-Wert. Das heißt, wenn ich ne Garderoben-Freischaltung habe und krieg ein 300-Gold-Skin raus, dann geh ich einfach steil hier zu Hause. Das ist halt schon worth it für dich, ja? Ja, genau. Das ist halt, ich hab gestern zum Beispiel wieder Unbound Magic umgewandelt in Pakete, und es ist kein Witz, ich hab heute Morgen als erstes, als ich am PC ging, gesehen, dass mein Account-Wert nach oben gegangen ist, und das hat mich mega gefreut. Mal meinen Account wieder überprüfen. Auf jeden Fall ne sehr schöne Seite. Hat Vanitas denn noch ne schöne Geschichte? Nichts, was jetzt irgendwie Guild Wars bezogen wäre. Oder allgemein irgendwas Lustiges, Schönes. Nein, das Einzige, was, sag ich mal, redenswert wäre, betrifft ein anderes Spiel, was hier nicht genannt werden darf. Ah, okay. Was, seit wann darf WoW hier nicht mehr genannt werden? Okay, ich hab endlich mein Best-End-Slot-Legendator für Frost-DK bekommen, und ich bin sehr froh darüber, und ich mach jetzt fast genauso viel Damage wie Spalla. Mich ist ein kleines Achievement. Ich hab keine Ahnung, aber, äh, GZ. Ja, ich sag auch noch Glückwunsch an dieser Stelle. Also, wenn ich der Ascended-Waffe habe, mach ich genauso viel Schade wie jemand, der eine andere Ascended-Waffe hat. Ist das in WoW anders? Ja, jetzt folgen wir damit nicht an. Um das kurz zu klären, mit Legion gibt es quasi andere, gibt es neue legendäre Gegenstände, die quasi noch mal einen speziellen Bonus-Effekt geben, und bei einigen Klassen kann er halt sehr stark den Damage boosten. Gut. Du hast dich wieder Trigger lassen, hör auf. Antworte ihm nicht. Antworte ihm auf sowas nicht, das ist nur Bullshit. Okay, kommen wir zu den zwei, drei internen Dingen, die ich noch schnell abhandeln möchte, und zwar, kurzer Vorschirmheits, ähm, und zwar hab ich eine, äh, Liste von Guides für mich selber jetzt so, äh, ausgearbeitet, äh, von Dingen, die halt nach und nach überarbeitet werden müssten. Ich weiß, dass es, äh, viele Leute gibt, oder beziehungsweise haben auch mal irgendwie zwei, drei Leute kommentiert, äh, dass sie Gate-News nicht mehr besuchen, weil viele Guides noch unvollständig und oder nicht mehr aktuell sind. Zu meiner Verteidigung ist es unglaublich schwer, alle Guides aktuell zu halten, aber, ähm, im Zuge jetzt wieder meiner Semesterferien, die so richtig für mich, äh, Mitte Februar beginnen. Bis dahin hab ich zumindest noch Klausuren. Aktuell läuft die letzte Semesterwoche für mich. Ähm, probier ich dann jetzt die ganzen alten Guides, die noch irgendwo fehlerhaft sind, ähm, zu korrigieren und auszubessern. Unter anderem hab ich in der letzten Woche den, äh, Guide für die Katzen in der Heimatinstanz grundüberarbeitet, sodass er optisch oder visuell ein bisschen ansprechender ist. Ich habe, ähm, den PvP-Einsteiger-Guide, die entfesselten, äh, den entfesselten Magie-Guide und ich glaub sogar noch einen, äh, angepackt. Äh, und ich glaub, den, den, den Farming-Guide hab ich, glaub ich, noch mal angepackt und so ein bisschen überarbeitet, sodass die jetzt wieder einigermaßen auf dem neuesten Stand sind. Und ich hab mir für die Zukunft auch so ein bisschen, ja, wie immer eigentlich, äh, zumindest die Weitläufer-Klassenguides rausgesucht, die jetzt ebenfalls in dieser Woche noch ein größeres Update bekommen werden. Sollte es also noch irgendwo Guides und Artikel geben, wo ihr sagt, Mensch, das Ding bräuchte unbedingt ein Update, das ist nicht mehr aktuell, das wurde geändert oder das ist, äh, unvollständig schon immer gewesen. Ich weiß zum Beispiel, das ist dann der nächste Punkt, dass beim Guide ein Riss im Eis noch immer die Story-Videos fehlen. Ähm, weil ich die nicht, weil wir das damals live gestreamt hatten, hab ich halt kein einzelnes Let's Play mehr dazu gemacht, was ich sonst immer zu den Folgen gemacht hab, wenn ich das allererste Mal auf dem Live-Server die Instanzen gespielt habe. Und dadurch fehlt dann auch immer das Let's Play, das werd ich demnächst zum Beispiel ebenfalls nachholen. Aber wenn ihr irgendwelche Dinge wisst, wo ihr sagt, das muss unbedingt überarbeitet werden, äh, das ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, dann lasst es mich wissen, wahlweise mit einer Mail an alex.sputti.gitnews.com. Das ist sputti.gitnews.com. Oder natürlich, äh, ihr kommentiert direkt unter den Guides, dass es immer ... Also, wenn ich den Guide geschrieben habe, ist das kein Problem, weil dann krieg ich eine E-Mail-Benachrichtigung. Hat das ein anderer geschrieben und ist dieser womöglich nicht mal mehr Mitarbeiter auf unserer Webseite, könnte es sein, dass der Kommentar leider auch so ein bisschen, äh, verloren geht. Das ist immer so dieses, dieses große Problem. Äh, ich hab hier zwar eine Liste, die zeigt mir die drei neuesten Kommentare an, aber die drei neuesten Kommentare sind nicht unbedingt immer ... Also, es kann sein, dass Kommentar 4 und 5 in diesem Fall wichtiger gewesen wäre und ich hab die halt nicht gesehen. Und das ist immer so ein bisschen blöd und problematisch. Deshalb lieber eine Mail oder im schlimmsten Falle auch eine private Nachricht auf Facebook, Twitter oder sonst was, wenn euch da irgendwas, äh, auffällt, was unsere Guides angeht. Genau, wenn auch irgendwo Verlinkungen zum Beispiel, äh, nicht mehr funktionieren, ich hab das hier, äh, gerade gelesen, dann einfach kurz Bescheid geben und ich pass das alles mal an. Ich hab jetzt, ja, so, ich sag mal so Mitte Februar sowieso viel Zeit, um mich dann mal so, so einen kompletten Monat, äh, auf GateNews zu fokussieren und alle möglichen Fehler und Dinge auszubessern und die werd ich auch nutzen, oder die Zeit werd ich auch nutzen, um, ja, so ein paar Dinge umzusetzen in nächster Zeit. Die Zeit werd ich nutzen, um Dinge umzusetzen in nächster Zeit. Okay. Okay. Gedoppelter ging's nicht. Und da ich schon seh, dass meine anderen beiden Mitmoderatoren hier schlafen, Tiger für Titel kann ich nicht sehen, äh, switchen wir rüber zum Mond. Neuer. Nein, stimmt nicht, warte noch ganz kurz. Genau, Fraktalguides. Haha, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Äh, und zwar haben wir als, äh, neue Mitarbeiterin, die meisten werden das wahrscheinlich schon gesehen haben, beim Albtraumfraktal und jetzt auch beim nicht kategorisierten Fraktal, uns, äh, Sally an Land gezogen, die zudem eine Fraktallergilde macht, die ich allerdings nicht zu sehr bewerben möchte, weil ich hab gesehen, was in der LLG passierte, als der Leader 300, äh, private Nachrichten bekommen hat und sich gewünscht hat. Ich hätte niemals diese News geschrieben. Ähm, aber sie gibt sich halt sehr, sehr viel Mühe, ähm, eben auch so ein bisschen den Fraktal-Nachwuchs hochzuziehen. Und, äh, sie wird dann in nächster Zeit, also Sally, auch dafür sorgen, dass wir ja Fraktal-Guides haben, die sich auf einem ordentlichen Stand befinden und nicht so in so einer Mischmasch-Form, wie wir das jetzt haben. Teilweise mit, mit High-Level-Strategies, teilweise, äh, mit einfach nur die Basics und drei Fraktale, also einzelne Fraktale, die noch immer gar keinen Guide haben. Das ist halt, äh, durchmischt wie sonst irgendwas. Und das wird halt in nächster Zeit auf jeden Fall, äh, ein bisschen angepasst von ihr. Okay, Mondneujahr, jetzt aber. Dann, äh, könnt ihr auch mal wieder loslegen. Ähm, was ist das Mondneujahr und warum, Maren? Äh, jetzt hast du mich aber geweckt. Ähm. Einer muss das tun. Ah, wow, wow. Immer ich, nimm doch Vanitas. Nein, 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 das, äh, oh, sorry, Tunnel. Ja, Vanitas, du müsstest doch wissen, wenigstens was das fest an sich ist. Du als alter Factions-Pro. Das Mondneujahr, Mond... Äh, Mondneujahrsfest, äh, gab's ein Factions, oder gab's ein Guild Wars 1, äh, in Kanter wurde immer im Kloster von Xingyei abgehalten. Natürlich eine Tradition, die auch in Guild Wars 2 seinen Einzug hält. Und ist halt alles so ein bisschen asiatisch angehauen, Festlichkeiten halt zum Neujahr dort. Ich glaub, dieses Jahr haben wir das Jahr des Hühnchen, oder? Des Haans? Ja, des Haans. Was im Englischen zu einem Millionen Cock-Witze, äh, geführt hat. Ja. Ah. Versteh ich nicht. The Year of the Cock haben wir also, okay. Nein, die haben Roster. Roster, aber... Roster? Aber Cock heißt halt auch Hahn, ja. Jetzt hab ich irgendwie Hunger auf... Jetzt hab ich Hunger auf Hähnchen. Egal. Auf jeden Fall, ja, das Jahr des Kung-Pai-Chicken. Und was soll ich dazu sagen? Ich kann da nicht mehr viel dazu sagen, da, ähm, das Mond-Neujahrs-Fest eine der wenigen Feiertage ist, die ich überhaupt nicht spiele. Halloween kann ich viel sagen. Ich glaub, es gibt Drachenball, oder? Ja, es gibt nur Drachenball. Okay, das war's. Ende der Aufzählung. Ja. Ja, im Großen und Ganzen stimmt das. Wir haben halt einen etwas dekorierten, äh, Kronen-Pavillon. Was übrigens sehr, sehr interessant ist, weil Wintertag ja genau vor einer Woche erst endete, ne? Ja. Ja, irgendwie schon wieder so... Schon wieder ein Feiertag irgendwie. Also, ich hab Respekt vor den weißen Kindern, die in Götterfeld so schnell aufgeräumt haben und jetzt wieder umdekoriert haben für das chinesische Neujahr. Äh, genau, das ist halt, ne, chinesisches Neujahr. Das fand ich ganz lustig, dass so viele gemeckert haben, dass das Event kommt. Ähm, ja, man würde halt von Feiertag zu Feiertag gehen, aber es liegt halt nicht an ArenaNet, wann chinesisches Neujahr ist. Dementsprechend. Sie haben halt den Wintertag dieses Jahr eine Woche länger laufen lassen. ArenaNet hat so eine Macht über die Welt. Warum ändern die nicht mal was an den Feiertagen? Das finde ich auch. Mehr Einfluss von ArenaNet in die chinesische Kultur. Da bin ich für. Ja, ansonsten gibt es halt, ja, wie Maren schon richtig gesagt hat, hauptsächlich den Drachenball. Für die täglichen Erfolge gibt es halt ein paar Neuerungen, was heißt ein paar Neuerungen, aber ein paar Sachen, die halt angepasst werden. Feuerwerk, ganz, ganz viel. Genau. Wir haben Feuerwerk, wir haben diese lustigen Glückskuvere, die wir öffnen können. Wie so ein Gämmelfaktor. Die frittierten Bällchen, die frittierten Klößchen, oder wie die heißen. Ja, es ist halt ein Fest für Raider irgendwie, weil das Bufffood halt noch günstiger wird. Mhm. Aber ansonsten, ja, es ist halt nicht wirklich viel zu tun. Es gibt halt an den Erfolgen, oder für die Erfolge wirklich nur, die Drachenball-Arena, da dann halt auch altbekannte Probleme, wie man kann nicht als Team dafür anmelden. Seit fünf Jahren. Immer noch die gleichen Fehler. Die einzige Sache, die sie dieses Jahr verbessert haben im Vergleich zum letzten Jahr, und das ist nämlich eine der Entwickleraussagen jetzt im Reddit gewesen, ist, dass wenn man, also es kommt häufiger vor im Drachenball, dass ein Team in Unterzahl spielt. Und wie ihr das aus dem PvP-Hotjoin kennt, dann wird eine Person halt von einer Seite auf die andere gezogen. Man kann sich freiwillig melden, oder man kann auch sagen, ich lasse es auf mein Glück ankommen. Und dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wenn ihr euch freiwillig meldet, ihr auch die Belohnungen eines Siegers bekommt, wie es halt auch im Hotjoin der Fall ist. Dementsprechend, ja, das ist halt so der Best Case quasi. Selbst wenn das eigene Team am Gewinnen ist, kann man sich halt freiwillig melden, und wenn man dann rübergezogen wird, kriegt man so oder so den Sieg angerechnet. Ich denke, das ist eine gute und nötige Änderung, und ich verstehe eigentlich nicht, warum das nicht von Anfang an drin war. Aber gut, nehmen wir es positiv. Jetzt ist es auf jeden Fall dabei. Also im Prinzip Drachenball, Glückskuvere in den täglichen Erfolgen, ein paar zusätzliche tägliche Erfolge, und ein leicht geschmücktes Götterfels. Sehr, sehr leicht geschmückt. Und ein neuer Ladescreen. Und der Ladescreen. Möchtest du mir bitte jetzt auch erzählen, wie Dörren das der eigentlich ein Löwenstein-Ladescreen ist? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich empfinde es ähnlich. Also, wenn man nach rechts guckt, dann sieht man so Schiffe, Schiffbauten. Also so ein Haus, was aussieht wie aus einem Schiff gebaut. Und ich finde wirklich, es ist sehr, sehr nah an Löwenstein. Also muss ich wirklich gestehen. Es ist mehr als nah an Löwenstein. Mit ein bisschen Fantasie könnte das da vorne auch, ich weiß nicht, wo der Drache drin ist, ein bisschen der Löwenbrunnen sein, oder? Habe ich genau das Gleiche auch gedacht. Ja. Da sieht man hier hinten die Brücke, die klassische Löwensteinbrücke. Das sieht so ein bisschen aus Holz gemacht aus. Da hinten sind die Schiffe. Ja, es ist schon sehr, sehr nah an Löwenstein. Ja, ich hatte diesen Screen, also ich hatte das von Dörren nicht gelesen. Ich hatte nur gesehen dieses Bild und ich habe gedacht, dass das der Löwenstein-Ladescreen ist. Und habe dann erst gesehen, als ich selber nach Götterfels gereist bin, dass es der Götterfels-Ladescreen ist. Also ich hatte es sogar vertauscht. Mhm. Also ich finde es auch sehr, sehr nah an Löwenstein, muss ich ehrlich sagen. Wann sieht er einfach gut aus, Punkt. Also jetzt auch mal, ich glaube, das wird nie so häufig betont, aber ich finde die Leute, die diese Artworks machen, das ist einfach genial. Also ich gucke, ohne Witz, wenn ich Videos oder so mache, gucke ich immer als erstes, ob es irgendwelche Screens auf der Seite gibt, weil diese gezeichneten Bilder sind ohne Witz super gut. Ich bin großer Fan davon. Ja, außer das ältige Löwenstein. Das ist halt ... Das jetzige Löwenstein, die Kessex-Hügel zum Beispiel. Trockenkuppel finde ich auch fürchterlich. Ja, ich finde die Bilder wirklich gut. Aber haben wir, glaube ich, schon letzte Woche schon mal beredet im Podcast. Aber gut. Ja, als wir Zeitreise Löwenstein hatten, wo wir so ein bisschen über die Sachen ... Ich meine, der sieht ja zum Beispiel wieder gut aus. Manche Artworks sehen recht gut aus, manche sehen aus wie ein Fiebertraum auf LSD, aber ... Ich möchte übrigens anmerken, dass man gerade dir im Gesicht angesehen hat, Vanitas, dass du zum ersten Mal das Bild gesehen hast. Im Stream. Und dass du ein bisschen am Detail gucken warst. Aber gut. Ja, es ist halt Löwenstein, ja. Aber gut. Es ist aber Götterfels, ne? Nur um das ... Ja, das ist ... Aber es ist ... Mach unten den Schriftzug weg, und jeder würde sagen, Löwenstein. Glaub mir. Die einzige Neuerung, übrigens, was das Mondneue angeht, ist, wie gehabt, ein neuer Rückengegenstand. Yay. In diesem Fall der Hahn, den ihr auf dem Rücken tragen könnt. Sieht lustig aus. Ich hab ihn. Echt? Ich find's irgendwie lustig. Hast du so einen riesen Hahn auf dem Rücken? Ja, ich mein, wenn mich jemand gefragt hätte, an was denkst du als erstes, wenn du das Wort lustig hörst, dann an einen riesigen Hahn. Ich hätte gerne mal 42 süß-sauer bitte auf dem Rücken. Na ja, gut. Ansonsten, hier seht ihr noch mal, ja, das Affen. Derweilig ist wirklich hässlicher. Ja, das Affen. Nee. Muss ich sagen. Wird ich nicht. Das ist lustig. Die Rücken darfst du nicht zu ernst nehmen. Ja. Ich mein, ich kann ja jetzt eh nicht mitreden. Es ist halt zu Spaß, Iden. Ja, wenn du in den Stream guckst, kannst du mitreden, Vanitas, theoretisch. Nee, ja, ich meinte nur grad, weil ich bin nicht so der Fashion-Affine und allgemein Rücken-Gegenstände versauen. Also ich trage selten Rücken-Gegenstände, weil sie meistens die allgemeine Ästhetik des Charakters zerstören. Ich bin eher so ein Schlicht, ich mag eher schlichte Outfits und brauche da jetzt keine riesigen Flügel oder halt ein Hahn auf meinem Rücken. Ich fand den Witter schlimm. Der war furchtbar. Den hab ich mir gemacht heute für zwölf Gold oder so kostet. Der hat mir den herstellt. Nee, der Witter ist einfach, nee, den fand ich nicht schön. Ja, ich find die alle. Ich kann den allen drei nichts abgewinnen, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, ich hab's da auch eher so wie Warnikas. Ich glaub, keiner meiner Charaktere zeigt einen Rücken-Gegenstand an. Doch, ich glaub, ich hab irgendwo einmal Lichter-Dweiner aktiv. Aber ansonsten ... Oh. Lichter-Dweiner, die Klingen-Rücken-Gegenstände da, die man bei Scarlet damals bekommen hat. Da hab ich mir direkt zwei Stück gebaut. Den dritten, den baue ich mir demnächst wahrscheinlich. Ich find dann zum Beispiel im PvP der Rücken-Gegenstand, auch wenn der sehr, sehr groß ist, find ich den nicht zu übertrieben. Weil der zeigt so eine ... Ich finde, das zeigt so eine Anmut. Wenn du halt einen weiblichen ... Also, grundsätzlich spiel ich nur weibliche Charaktere. Aber es zeigt zum Beispiel bei dem Human-Female-Meter, würd ich sagen, es passt immer. Weil es nämlich so eine Form von Imposanz zeigt. So eine edle Klobigkeit, würd ich sagen. Und ich find den einfach nur nice. Also, das ist ein wirklich schöner Rücken-Gegenstand. Welchen sprichst du grad noch mal? Der PvP-Rücken. Ach so, okay, ja. Den find ich extrem schön. Und ich hoffe natürlich auch der kommende WVW-Rücken, der irgendwann mal kommt. Ich spread mal ein paar Gerüchte hier. Ich find, WVW hat auch einen Rücken verdient. Ja. Ich mag auch das Thema nicht aufkommen lassen. Ansonsten, jetzt gibt's wieder Beef. Oh, Sputti, ich hab gehört, es gibt einen neuen Speedrun-Rekord. Nein, ich beantworte mal ganz kurz Bargis-Frage, weil er nämlich ein bisschen verwirrt ist. Ja, mein Sputti trägt einen Tiger auf dem Rücken, aber das ist nicht irgendein Tiger-Rucksack oder so was, sondern das ist der eine Tiger, der vom Kurzbogen ... Dessen Mutter du umgebracht hast. Genau, dessen Mutter ich umgebracht habe. Und ich hab, Vater ja auch, und hab dann halt kurzerhand beschlossen, ich muss ihn halt aufziehen, ne? Und dann bleibt er halt an meinem Rücken hängen. Das ist so eine Ehrensache, sagt man da, glaub ich. Er muss die Welt sehen. Also ist er sehr anhänglich, der Tiger, oder wie? Richtig, ja, er klebt halt an meinem Rücken. Er hält sich halt fest. Manchmal muss ich zugeben, tut's ein bisschen weh, ne? Dann fährt er die Treien aus und hängt so ein bisschen tiefer im Harz, aber da muss man durch. Aber das ist kein Problem, weil Sputti das männlich erträgt, um das Wohl des Kindes an erster Stelle zu stellen. Deswegen hat er auch die Eltern umgebracht, genau. Ja, das wusste man ja nicht. Die Eltern haben angefangen. Ja, ansonsten hat der Mondneuer-Patch, um da vielleicht mal wieder so ein bisschen die Kurve zurück hinzubekommen, ein bisschen was Neues in den Edelsteinshop gebracht. Eine dieser Neuerungen ist das neue Erntewerkzeug, himmlischer Hahn-Erntewerkzeug heißt das, liebe Teilchen. Interessant aber ist, der Hahn ist unterschiedlich groß. Ihr seht das gerade, der eine ist jetzt ein bisschen kleiner gewesen als der andere, jetzt haben wir einen ganz kleinen Hahn. Das scheint total zufällig zu sein. Und ihr seht, das hab ich auch extra ausprobiert und hoffe, hab's gut in dem Video gezeigt, dass ihr, anders als bei vielen anderen Abbauwerkzeugen, oder bei einigen anderen Abbauwerkzeugen, nicht im Vorfeld das Carsten unterbrechen könnt, um so einen kleinen Zeitbonus zu bekommen. Sehr gut wird nicht gekauft. Bei der Flöte zum Beispiel hat man so einen, also bei dieser, ja, Ernteflöte hat man so einen leichten Vorteil. Man kann da ungefähr bei drei Vierteln, glaub ich, abbrechen. Aber ich glaub, es gibt auch Erntewerkzeuge, da ist das noch mal ein Stück schneller, ne? Bei fast der Hälfte. Der Untoddiener kann man ab der Hälfte abbrechen und man kriegt dann die XP und das Loot von dem Ernteknoten. Ja, genau. Das ist der einzige Grund, warum ich mir den geholt habe. Aber jetzt mal eine Frage, jetzt mal um Vanitas. Hast du das Video gesehen? Oder siehst du das Video gerade? Ich seh's gerade, ja. Ja, an was erinnert dich das? Na, an Guild Wars Factions, an die Prüfung näher an den Sternen, an die himmlischen. Genau, weil nämlich, das ist nämlich das Schöne an der Sache, dieser Ernteverwerter sieht halt genauso aus wie die Minipads, die man damals immer in den Infections bekommen hat. Es gab nämlich immer Minipads zu jedem Jahr, wo dann diese Tiere, das Jahr, was man halt dann hat, Jahr des Tigers, hat man halt einen Tiger in dieser Sternenkonstellation bekommen. Und genau so sieht ... Himmlische. Himmlische, genau. Und so genau sieht halt diese Erntearbeiter aus. Ja, ist halt so ein kleiner Throwback an Guild Wars Factions. Ja, ich fänd's cool, wenn sie das auch noch als Minipad rausbringen. Ja, das haben sie doch, oder? Da muss ich jetzt dann Magen fragen. Ja, haben sie. Das ist der himmlische Hahn, der in der Schwarze Hämtruhe ist. Der sieht auch genau so aus. Ja, ich kann dir nachher noch einen Screenplay schicken. Ja, gerne. Also, deswegen wollte ich den Hahn ja sehr, sehr gerne haben. In Guild Wars 1 war das ja, glaub ich, am Anfang, ne, war das auch so, dass das total random war, wie man an seinen Miniaturschwein, glaub ich, damals gekommen ist. Danach haben sie, das war in diesen, da hat man sich ja für Mondmarken Taschen gekauft und hat es dann zufällig aus diesen Taschen rausbekommen, die Miniatur. Und später haben sie dann ja eingeführt, dass man da besser drankommt an die Dinger. Und ja, scheinbar den Random Factor haben sie beibehalten. Nur sind es eben keine Ingame-Spieltaschen, sondern eben die berühmt berüchtigten Schwarzwöwentruhen, die man braucht. Ja, ansonsten, äh, gab's das neue Sonne- und Mond-Farbkit, äh, welches unter anderem, glaub ich, eher so schwarze. Ja. Und zwar nicht so schwarz wie, äh, Schattenabgrund, hab ich mir sagen lassen. Aber schwärzer als das normale Schwarz. Ja, ich find, es wirkt so ein bisschen, äh, samtig, kann man schon fast sagen. Ich find die Farbe richtig schön. Okay, aber ich hab mir halt nur sagen lassen, das Schwarz ist schwärzer als das Schwarz, das du im Spiel hast, aber nicht so schwarz wie Schattenabgrund. Ja, das stimmt. Du hast halt, äh, zumindest jetzt auf der leichten Rüstung, hast halt so ein paar hellere Flecken, sag ich mal. Dann war da, glaub ich, ein Blau dabei, was aber auch nicht so ein kräftiges Blau ist, sondern eher so ein bisschen ins Blauliedern, glaub ich, geht. Warte, ich guck mal grad, ich bin doch in Game. Dann hat man, offiziell hieß es, glaub ich, Bronze, und es hat eher einen rötlichen Ton und dann haben wir zwei, dann haben wir drei eher so helle Farben. Mhm. Ein rosa, ein Satin-Farben und das andere war, glaub ich, Vanille. Ja, irgend so ein Vanilleton. Ja. Aber alle, sag ich mal, nicht so richtig spektakulär. Doch, Hochglanzschwarz ist richtig geil. Das ist auch relativ teuer im Moment. Aber der Rest ist halt, ich seh halt auch keinen Bezug zu Sonne und Mond, ehrlich gesagt. Ja. Oder Schwarz, okay, aber Sonne irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte mir da andere Farben vorgestellt bei Sonne und Mond. Da würd ich dir sogar recht geben, ja. Ich bin aber sowieso kein Fan von diesen Farbkits, ne? Also, liebe Kinder, wenn ich euch das hier raten darf, lasst die Finger davon. Und wenn ihr eine einzelne Farbe wirklich haben wollt, dann kauft sie euch später im Edelsteinshop. Weil ihr zahlt halt 125 Edelsteine für ein Farbkit und kriegt halt dann eine von 25 zufälligen Farben raus. Und nur sechs dieser 25 sind wirklich neu. Das heißt, da kommt erst mal der Random Factor dazu. Dann können da unter anderem auch grüne und blaue Farben unter diesen restlichen verbliebenen 19 dabei sein, die dann halt gar nichts wert haben. Und selbst wenn ihr eine von den seltenen Farben bekommt, habt ihr dann halt, wenn ihr Pech habt, noch eine der fünf falschen Farben. Also, wer wirklich vernünftig diese Farben bekommen möchte, sollte direkt über den Handelsposten kaufen und nicht über diese Farbkits. Und das macht euch nur unglücklich. Ansonsten ist das imperiale Kleidungsset zurück. Der Briefbote des roten Kuverts ist wieder da. Beide 20 Prozent Rabatt aktuell. Und wir haben eben besagte Änderungen an der Schwarzenlöwentruhe. Das bedeutet, es gibt das neue saisonale Item. Das ist ein göttlicher Glückskuvert. Hat mir auch nicht so viel Glück gebracht. Möchte ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Der Miniatur himmlische Hahn. Oder die? Die. Die Miniatur vom himmlischen Hahn ist eben mit in der Schwarzenlöwentruhe als ungewöhnliches Item. Das, was ihr da im vierten Slot bekommen könnt. Und ansonsten gibt es beim Schwarzenlöwenticket-Händler, es gibt ja diese Schwarzenlöwen-Miniaturtickets, die man ebenfalls aus der Schwarzenlöwentruhe bekommen kann. Jetzt auch für eine gewisse Zeit das goldene Schwein, den roten Panda, den Tiger und den Welpen. Nee, Widder. Widder doch auch, oder? Widder? Ja, Widder. Oh ja, Widder. Statt ganz am Anfang. Ja, hast recht, ist auch mit dabei. Auch nicht so spektakulär, dass ... Ich hab auch kein Schwarzenlöwentruhen-Ticket bekommen. Und bin zeuglich. Hab mir den wieder geholt. Kasse Schwarzenlöwentruhen. Halt mir fest, besser keine Schlüssel im Moment kaufen. Ohne jetzt da schon wieder eine Schwarzenlöwentruhen-Diskussion zu öffnen, weil Darko geht da im Chat schon wieder geschrieben hat, das neue Schwarzenlöwensystem ist für den Hintern, so nenne ich es jetzt mal, geschrieben hat er was anderes. Ähm, ja. Ja, und ... Also ich sag mal so, von der Gesamtidee her ist es, glaub ich, besser, weil ich die Booster sowieso nutzlos fand, also für mich aus meiner persönlichen Sicht. Aber dass sie halt Items darin verstecken, ist halt auch, find ich, ein No-Go. Das war schon mit den Schwarzenlöwen-Waffentickets immer so eine Sache, aber die konnte man dann wenigstens im Nachhinein noch im Handelsposten handeln. Und ich fand schon den Gleiter doof, ich fand den Kandelaberstab doof, fand das Kleidungsset doof, dass sie ja im Nachhinein dann ... Ach nee, das haben wir nicht nur darin, das haben wir auch im Edelsteinshop gemacht haben. Ja, aber das war ja eigentlich eine gute Lösung, dass du die Sachen über die Drohnen trocken kannst, aber du hättest die auch notfalls kaufen können. Wenn sie das jedes Mal machen würden mit diesen Items, dann wäre es gar nicht so schlimm, find ich. Ja, richtig. Aber leider haben sie gemerkt, dass wir ... dass scheinbar der Aufschrei nicht groß genug war. Ja. Und gucken jetzt mal, wie weit sie das ausreizen können. Aktueller Stand ist scheinbar ziemlich weit. Vielleicht waren es auch bisher noch nicht interessant, oder waren die Items noch nicht interessant genug, dass der Aufschrei groß war. Könnte noch kommen. Mal schauen. Ich glaube, der Aufschrei ist bei Kleidungssets immer am größten, weil das halt die coolsten Sachen sind. Bei so einem Mini, ganz ehrlich, brauchen die wenigsten Leute. Und der Stab, der war ja jetzt auch nicht gerade so Bombe. Der war hässlich. Ja, genau das ist es. Das ist so was von hässlich. Und deswegen hat es keinen interessiert. Aber beim Kleider haben sich viele aufgeregt. Gerade der Halloween-Kleider, der war richtig cool. Und den hätten sich wahrscheinlich auch sehr viele so gekauft. Und wenn du halt ein cooles Item hast, regen sich die Leute auf. Aber wenn halt so ein Schrott kommt, ist es den Leuten eh egal. Ja, das war es aber, glaube ich, soweit zum Edelstein-Shop. Da dürfte ansonsten nicht mehr viel gewesen sein. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur News der Woche. Und es ist halt tatsächlich die News der Woche, glaube ich. Lake Doric. Nichts hat uns diese Woche mehr Klicks gebracht, als die News über den versehentlichen Release in China. Kann man überhaupt Release dazu sagen? Weil es ist ja ... Ja, wie beschreibst du es? Die versehentliche ... Geöffentlichung. Ja, das ist ja, aber Release ... Ich meine, wir wissen ja, es kam ja einfach in den chinesischen Client rein, dieses Gebiet, was an sich ja quasi eine Baustelle ist, die früher mal angefangen wurde. Und anscheinend niemals zu Ende gemacht wurde. Es ist halt ein Gebiet nördlich von Götterfels, richtig? Oder? Ja. Ja. Und ja, es sind halt ein paar Assets drin. Es gibt die typischen krantanischen, krytanischen Bauten, die Palmbäume und so weiter. Aber jetzt nichts Spektakuläres da drin. Und so wie ich das auch mitbekommen habe, es war einfach nur quasi eine Baustelle, die ein Entwickler mal angefangen hat und die eh momentan auf Halt ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, dieser Hype, wenn man sich überlegt, dass es halt dieses Jumping-Puzzle gibt mit dem riesigen Cerebro drin im Kaledon-Wald. Genau das ist halt auch ... Dann gibt es ja noch, wenn man sich unter die Map backt, gibt es dann ja auch noch so einen Kau-Dekus-Raum, wo es halt so Gesichter gibt, die alle in die gleiche Richtung gucken. Bei den Tast waren wir das, die den zusammen erkundet hatten und damals das Video gemacht haben. Ja, wir haben damals ein Video dazu gemacht. Ja, und ich finde den Hype einfach zu krass. Also es ist halt ... Für mich ist das halt ... Dadurch, dass es halt ja schon seit Anfang des Spiels wohl drin ist, muss ich halt wirklich gestehen, der Hype ist zu groß dafür, dass sie halt einfach sozusagen toten Content, der ja schon seit Jahren liegt, einfach wieder aufgebohrt haben sozusagen. Ja, es ist halt ... Es ist eigentlich traurig, dass das momentan unsere größte ... Oder das ist, was durch die Guild Wars 2-Szene gerade am meisten geht und die meisten Wellen schlägt. Weil es ist eigentlich nichts. Ja, aber es gibt halt auch nichts. Ja, es gibt leider ... Es gibt mega viel. Das ist halt das Komische. Also ... Es gibt wenig Offizielles. Ja. Ja, also nicht von Guild Wars 2, aber diese Woche gibt es halt ... Also bei mir haben sich die Ereignisse dieses Jahr ... Diese Woche komplett überschlagen, wenn man sich überlegt, was halt alles dazu kam. Aber anscheinend interessiert es die Leute mehr halt diesen Lake, Doric, zu erkunden. Das ist halt mal ein neues Gebiet. Ja, genau. Aber das war's auch. Ich geh vielleicht mal durch die ganze Geschichte, weil es soll ja immer mal wieder Leute geben, die hier zuhören und keine Ahnung haben, was genau da überhaupt passiert ist. Und die Minimap passt auch nicht. Ja, das ist richtig. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also, Lake Doric, wie gesagt, eine Map im Norden. Der ein oder andere von euch hat vielleicht sogar den Namen schon mal gesehen, Doric See, ich unter anderem. Äh, und zwar hat man durch einen Fehler beim Heart of Thorns Release, auch ein paar Tage danach noch, wenn man sich nach Götterfeld bewegt hat, ähm, automatisch auch die, äh, Kartenbelohnungs-, äh, also die Belohnung für die Kartenerkundung von Lake Doric bekommen. Was im Endeffekt nur ein paar XP, äh, irgendwie zehn Silber und zwei, drei Transmutationsladungen oder so was waren. Ähm, was halt eigentlich schon nicht passieren sollte. Aber da war, oder seitdem ist halt jedem bewusst, dass das Spiel halt, oder dass die Karte tatsächlich im Spiel drin ist. Und jetzt kam es zu einer lustigen Verwechslung in, äh, China. Grund dafür, ähm, ist, ja, die, die schlampige Benennung, äh, von ArenaNet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, äh, viele andere Firmen, und dass ich sie auch selber so handhabe, wenn ich meine Bild, äh, wenn ich meine Bilder, äh, die Benennung unserer Bilder anschaue, die wir auf der Webseite anbinden, äh, einbinden. Götterfelds hat halt die Bezeichnung Valley, äh, unterstrich Divinity bekommen. Und die Karte Lake Doric die Bezeichnung Valley, unterstrich Reach. Und Divinitys Reach ist halt Götterfelds komplett. Und was jetzt passiert ist in China, ähm, nachdem es ja schon Portalschriftrollen gibt, die uns zum Beispiel, äh, in die neuen Karten gebracht haben, also in die Karten der Lebendigen Welt Staffel 3, äh, ist China da scheinbar noch ein Stück weiter gegangen und hatte auch, äh, den Wunsch, Portalschriftrollen für die Städte zu veröffentlichen, unter anderem Götterfelds. Das sollte aber eigentlich noch gar nicht veröffentlicht werden. Ist aber scheinbar in China schon irgendwie rausgekommen. Und eben noch mit der falschen Bezeichnung, nämlich unterstrich, äh, Reach und nicht, äh, Divinities oder Divinity. Und deshalb führte die Karte nicht nach Götterfelds, wie eigentlich in der Beschreibung angegeben, sondern eben ins besagte Lake Doric-Gebiet. Und deshalb konnten die Chinesen sich da so ein bisschen in dem Gebiet austoben, aber man sieht halt auf den ersten Blick, ne, das Ganze ist halt noch nicht fertig. Ist halt auf demselben Stand, das hat, äh, Lindsay auch geschrieben, auf dem es ungefähr vor sieben Jahren war, als dann aufgehört wurde, an dem Gebiet weiterzuarbeiten, äh, ja, als aufgehört wurde, daran weiterzuarbeiten. Der Entwickler, der ursprünglich mal sich das so als Herzensprojekt rausgesucht hatte, ist auch nicht bei ArenaNet, oder inzwischen nicht mehr bei ArenaNet, sondern bei Riot Games gelandet als Game Designer. Also, es gehen nicht nur alle Ex-Mitarbeiter zu Amazon, wenn auch sehr, sehr viele, sondern manche landen auch bei anderen Firmen, wie eben in diesem Fall, äh, bei Riot. Ja, so wie's aussieht, dürfen die, äh, Chinesen ihr Gebiet da noch ein bisschen behalten, wenn ich das so richtig interpretiert hab, äh, in den Sales-Beitrag. Ähm, sie hat aber auch noch mal betont, dass das definitiv keine Map wird, die in der lebendigen Welt Staffel 4, äh, Staffel 3 erscheinen wird. Und es gibt auch null Pläne, aktuell an dem Gebiet weiterzuarbeiten. Werden wir wahrscheinlich niemals bekommen. Das sind wahrscheinlich die Eindrücke, die sich jetzt für immer bei uns einbrennen werden. Ach, schmerzlich. Finde ich jetzt aber traurig. Dafür hoffe ich ja drauf, dass wir ein anderes, äh, schönes Gebiet demnächst bekommen. Wir wollten auch exklusiven alten Content haben. Ich hab, ich hab tatsächlich ja auch überlegt, äh, also ich hab den chinesischen Client runtergeladen, und dann festzustellen, dass, äh, mein Passwort nicht mehr funktioniert von meinem chinesischen Account. Ich muss mal meine, ähm, meine chinesischen Shoutcaster-Freunde, die mir damals den Account besorgt haben, wieder anschreiben. Ähm, in der Hoffnung, Chris Peckel, dass er es hinbekommt, dass ich wieder in den Account reinkomme. Ich versteh nämlich meine Passwort zurücksetzt, Sachen auf Chinesisch nicht. Hast du schon mal den Google Translator versucht? Oh Gott, als ob das klappt. Ich soll den, ich soll den, ich soll den, ich soll den Google, ich soll den Google, ich soll den Google Translator im, im Guild Wars 2 Client benutzen. Das wird ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, merkst du es ja. Ja, okay, da. Die Runde geht an dich. Da werden wir schon wieder bei zwei. Danke, dass du mich erleuchtet hast. Man könnte glatt sagen, mir ist ein Licht aufgegangen. Da werden wir schon wieder bei 42 süß-sauer. Es ist echt, also es war echt schwierig damals, das, das Video auf meinem China-Account zu machen, weil du halt wirklich nichts davon lesen kannst. Es ist halt, ich mein, das meiste kennst du halt, aber es sind halt immer noch so viele Sachen, wo du dich fragst, hä, was war, was war an der Stelle nochmal auf Deutsch oder Englisch? Bin immer wieder überrascht, wie schnell man sowas vergisst. Na gut, ähm, ja, das war halt das, das, das eine, was so ein bisschen über Reddit gekommen ist. Es gibt aber noch einen Haufen anderer Dinge, die passiert sind. Und ich würd mal sagen, den Anfang macht, ja, passend so ein bisschen zu Entwickleraussagen, die, äh, Suche, äh, oder die, die, die gemeinsame Suche, als das Reddit begonnen hat, die noch fehlenden Erfolge der aktuellen Events zu finden. Viele von euch werden ja sicherlich noch wissen, es gibt noch Erfolge, die niemand bisher entdeckt hat, die also im Spiel sind. Vielen Dank. Ähm, schon, äh. Gut hier wieder. Sind wir wieder live, oder? Achso. Es ist nur ein langer Hänger all meiner Inhalte. Und aus dem Grund... Man hört uns auch nicht im Stream. Doch, man hört uns im Stream. Inzwischen wieder live. Doch. Also jetzt wieder, okay, ja. Ich wundere mich allerdings, dass meine Webcam nicht funktioniert. Interessant. Also ich find das Bild sehr schön, muss ich sagen. Ja. Indem du gefreezed bist. Ich hab sie mal wieder reaktiviert. Aha, jetzt geht das auch wieder, okay. Ähm. Ich weiß, bei mir hast du immer noch ein Startbild. Ja, du warst Delay. Oder meinst du, neben Skypes, ich meine, ja eh nicht. Mhm. Das ist strange, dass das jetzt immer wieder beim Podcast passiert, ne? Zurück zur gewöhnten Seriosität. Wir tun fast mal so, als wäre nichts passiert. Es ist überhaupt nichts passiert. Wo war ich denn jetzt mittendrin? Achso, ja. Also das Reservator hat sich auf die Suche gemacht nach aktuellen Events, die es bisher noch, ähm, oder die Erfolge, die halt noch nicht gefunden wurden. Und spekuliert wurde dabei so ein bisschen in Richtung Rissstabilisatoren, ob es eventuell doch schon bei den Rissstabilisatoren, ähm, Erfolge gibt, die nicht entdeckt wurden. Und vielleicht ist sogar das ganze Event an sich, äh, schon lange vorüber und, äh, keiner hat es gemerkt. Aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Nachdem ein ganzes Wochenende gesucht und nichts gefunden wurde und es gab wirklich wilde und verrückte Theorien mit Musikinstrumenten in der offenen Welt, äh, denn man wird nämlich als, als Lay-Anomalie, wenn man an der Quaggan-Orgel im Kalidon-Wald spielt, äh, zu Boden geschleudert. Alle haben versucht, da irgendwas rein zu interpretieren. Dann kam der Jamin, oder vorher kam der Jamin, der irgendwas mit, äh, mit Noten gedatamined hat, was eventuell neu sein könnte. Und da kam dann eins zum anderen, um dann am Ende festzustellen, dass am Montag das Ganze einfach aufgelöst wurde von Lindsay Murdoch mit den Worten, ah ne, schon gar nicht, von Matt Pennebaker aufgelöst wurde. Mit den Worten, ja, die Erfolge, die noch fehlen, haben aber nichts mit dem, mit dem Stabilisatoren-Event zu tun. Äh, da fehlen tatsächlich noch Teile. Teile der Erfolge, die noch nicht, äh, aufgelöst wurden. Und, beziehungsweise, die noch nicht ins Spiel implementiert wurden. Dementsprechend, äh, ja, war die ganze Suche quasi umsonst. Ja, das ganze Reddit hat sich umsonst auf den Kopf gestellt. Niemand ist irgendwie weitergekommen. Aber wir wissen jetzt zumindest, dass demnächst noch ein Update der aktuellen Events kommen wird, das sich um Rift-Stabilisatoren dreht. Sehr interessant. Ja, ich spüre die Bereisterung auch, waren die tatsächlich, ja. Äh, ja, sorry, ich hab die aktuellen Events kaum vorangetrieben, deswegen ist für mich das eh alles noch Neuland. Das ist, ich mach die auch nie. Ich glaub, der Beste, mit dem wir darüber reden können, das wär Dürden, aber der ist ja heute nicht da. Ja, aber ich find's lustig, was die Leute alles immer so reininterpretieren und sich bekloppt machen und Ditche und jenes, anstatt einfach mal zu warten. Ja, aber gut, aber wir wissen ja, dass es noch Erfolge gibt, die die Leute nicht entdeckt haben. Und es gibt dazu ja übrigens auch eine ganz logische Theorie, es geht um die Lay-Anomalien, die Großen, die überhaupt nicht mit der ... Oh Gott, ich wusste gerade noch, wie das heißt. Ähm, die überhaupt keine Magie in sich aufnehmen dürfen, ist das glaub ich, ne, an der Stelle. Tiger, hilf mir mal, wozu hab ich die hier? Ich hab, muss ehrlich sagen, ich hab diese, diese Welt, äh, diese offene Welt, äh, Dinger da, Event, hab ich überhaupt nichts gemacht. Ja, gut, ne? Ja, gut. Das ist wie so ... Ich warte noch auf die, auf die interessanten, interessanten Reddit-Themen. Für mich interessanten Reddit-Themen. Ja, ist okay, ist okay. Ähm, was haben wir denn in den interessanten Reddit-Themen? Oh Gott, ich ahne, was Schlimmes. Oh, da kommt, oh ho ho, einiges, Sputti. Ich glaub, ähm, das erste diese Woche war, glaub ich, ähm, die Speedruns, die neun. Also ... Nee, die 30.000 Münzen waren. Ah, die 30.000 Münzen waren noch was. Das war nämlich, das ist nämlich genau passiert während, oder kurz vor unserem Podcast. Und die Hintergründe kamen halt erst später. Keine Ahnung, also mal kurz eine Zusammenfassung. Es gibt wohl anscheinend zwei Personen, die 30.000 mystische Münzen gekauft haben. Und wir wollen mal ganz kurz anmerken, dass der Preis von den mystischen Münzen zu dem Zeitpunkt bei 80, 85 Silber lagen oder sowas. Also extrem hoch. Das heißt, ähm, die wurden ja immer teurer nach oben hin. Das heißt, es muss irgendjemand für, ich sag mal, 50, 60.000, 70.000 Gold mystische Münzen gekauft haben. Kurze Frage, war das nicht schon auch letzte Woche? Das, 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 das passierte letzte Woche, aber jetzt kennen wir halt, äh, genaue Zahlen und Hintergründe. Oder, was heißt Hintergründe, aber es gibt halt Entwickleraussagen dazu, die sich darauf beziehen. Die machen eh nix, Punkt. Nein, das nicht, aber ich, ich hab übrigens grad nochmal, ne, hier den, 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 den Grafen aufgerufen, um sich das mal anzuschauen. Ähm, die Entwickleraussage dazu war eben, dass es zwei Leute waren, die, die 30.000, äh, Münzen gekauft haben. Mehr als 30.000 Münzen, dass der Preis zwischenzeitlich, äh, sogar bei vier Gold lag. Und ich find das eigentlich ganz, ganz spannend zu sehen, wie schnell sich der Markt eigentlich wieder entspannt hat. Hm, aber es gibt auch ganz einfache Fälle, die uns alle betreffen, bei denen es nicht der Fall ist. Und zwar unter anderem bei Precursern. Es ist ganz normal, dass Precursor unter einem bestimmten Wert direkt rausgekauft werden und für einen höheren Wert wieder reingestellt werden. Also wir haben bei den mystischen Münzen, haben sich anscheinend, also es gibt viele Trader-Gilden, also wahrscheinlich bekommt man da nie so mit in Kontakt, aber es gibt Trader-Gilden, die bestehen meistens aus einer Gruppe von Freunden, so fünf, sechs Leute, ähm, die wirklich nur den ganzen Tag Programme laufen lassen für den Trading Post. Und wahrscheinlich haben sich dann irgendwelche Leute gedacht, komm, machen wir doch einfach mal 30.000 Münzen raus. Und ich hoffe wirklich, dass das ein kleiner Weckruf für ArenaNet war, dass die mal ein bisschen was drehen an den Drop-Rates für die mystischen Münzen. Weil das ist wirklich ... Kannst du vergessen? Nee, machen die nicht. Nein. Ja. Es gibt einfach zu viele noch, die haben doch schon gesagt, es gibt so viele. Und weil Leute es horten, ist denen egal, wenn alles aufgekauft wird, weil die Münzen einfach noch da sind. Ja, aber ... Aber ich sag mal so, die haben schon viele Sachen gesagt, aber ich hoffe wirklich, dass sie mal daran denken, dass es vielleicht mal eine Idee wäre, da was zu machen. Genau, man sieht auch, dass dieser Graf im Januar so ziemlich weit unten war. Also April 2015 war der Preis nicht existent auf dieser Grafik. Das Problem mit dem Münzen fing ja damit an, dass sie zuallererst die Login-Belohnungen eingeführt und ... ... die Reward, äh, die 28 unterschiedlichen Belohnungen, die man für das tägliche Einloggen bekommt und die, ähm, die täglichen Erfolge an sich überarbeitet haben. Weil früher gab's halt täglich eine mystische Münze, also 30 Münzen oder 28 Münzen an 28 Tagen, wenn man es wollte. Und dann haben sie's ja so geändert, dass du nur noch, jetzt sind's ja, glaub ich, 14 Münzen in 28 Tagen oder 12 Münzen in 28 Tagen bekommst über diese Login-Belohnungen. Und dadurch ist halt der Preis damals nach oben gesprungen. Und inzwischen ist das aber, glaub ich, auch, und das ist das, was ich aus diesem, aus diesem ganzen Theater mitnehmen würde, für mich persönlich, ähm, ist der Wert von mystischen Münzen bei den Leuten schon bei 70, 80 Silber im Kopf angekommen. Ne, es gibt ja auch immer so, ne, so, so, wie viel hat so ein Ding gefühlt Wert? Wo ist der echte Preis? Und ich glaube, dass bei den Leuten inzwischen diese 70, 80 Silber wirklich drin sind und die diesen Wert immer bezahlen würden, egal, was jetzt geändert wird. Weißt du, ein gutes Beispiel sind ja jetzt die täglichen Login-Belohnungen, äh, die täglichen Erfolge. Ein täglicher mystischer Schmied gibt eine mystische Münze. Und das heißt, wenn alle Spieler an diesem Tag, und das passierte jetzt zweimal in der letzten Woche, hattet ihr die Chance, zwei mystische Münzen euch zusätzlich zu verdienen. Wenn jeder das gemacht und jeder die eingestellt hätte, wäre der Preis rapide nach unten gegangen, auf, weiß ich nicht, 40, 50 Silber oder sogar noch niedriger. Haben die aber nicht gemacht, weil nämlich die Spieler jetzt auch selber anfangen zu sparen, weil sie jetzt nämlich merken, okay, das ist teuer, das verkaufe ich nicht mal einfach so. Und ich glaube, dass dieser gefühlte Preis von 70 bis 80 Silber sich auch nicht groß ändern würde, wenn jetzt neue Methoden kämen, um die mystischen Münzen zu bekommen. Du kannst ja täglich auch noch eine über das Lay-Anomaly-Event holen. Ja, aber das war eine Schnapsnummer. Ja, aber du kannst theoretisch dir in, 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 also an jedem Tag oder an guten Tagen zwei Münzen organisieren, macht aber keiner. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum daran nicht geschraubt wird, weil jetzt in den Köpfen so ein Preis festsitzt. Und das Einzige, was der Arena nicht jetzt machen könnte, ist mystische Münzen fluten. Und dann, und am Anfang würde es trotz der neuen Flut bei irgendwie immer noch 40, 50, 60 Silber bleiben. Und irgendwann käme der Drop-Off ins, ins Nichts, auf ein, zwei Silber runter, weil das einfach platzt, die Blase. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde, ähm, das ist, also was ich daraus gelernt habe, weil ich so ein bisschen von diesem Thema wieder weg war, aber, ähm, man muss einfach mal, für uns können wir daraus nehmen, dass es, ähm, immer noch sehr, sehr krasse Marktmanipulationen in Guild Wars 2 gibt. Ähm, ich war mir zu, zum Anfang des Games die ersten zwei Jahre ziemlich, also da hatte ich ziemlich Kontakt auch zu vielen Leuten, die das betrieben haben. Und, ähm, ich bin mir aber davon, also ich bin davon ausgegangen, dass es das nicht mehr so krass gibt. Aber das hat mir wieder gezeigt, dass es wohl wieder viele Leute im Hintergrund gibt, die halt, ähm, sehr krass an den Marktwerten drehen. Ähm, das ist bei Precursor, war das bei mir ziemlich offensichtlich, dass es der Fall ist. Aber ich hab nicht gedacht, dass zwei Leute so immens viel Geld haben, das eben mal so wieder rauszukaufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele, viele Teile in der, in den, ähm, im Handelsposten gibt, die sehr, sehr krass manipuliert wurden. Nee. Naja, es ist, es ist auf jeden Fall interessant und ich bin auch gespannt, welche Ausmaße das noch annimmt. Äh, es war übrigens einer von denen, das hat, das hat ich gerade gar nicht gesagt und das haben wir, glaube ich, auch letzte Woche nicht gesagt. Wir hatten ja diesen, diesen einen netten Herrn auf Reddit, der gepostet hat, er hat 200.000 Gold in bar. Und er hatte sich tatsächlich, er ist einer von den beiden, der müßte schon. Doch, das haben wir gesagt. Ah, okay. Echt, hatten wir es da schon? Ja, ich glaub ja. Okay. Darf ich mal ganz kurz noch eine Frage stellen? Wurde das bestätigt von ArenaNet, dass es der Erste ist, der das war? Nein, aber es ist niemand sonst, auch nur in der Nähe bei GW2-Efficiency. Niemand. Genau, und jetzt Anmerkung, die ich ganz kurz machen möchte, nur weil es nicht in GW2-Efficiency steht. Ja, richtig, aber es hat halt niemand, es hat halt niemand für sich geclaimt und jemand, der dieses 200.000 Gold Limit erreicht, wird es irgendwem erzählen, seiner Gilde oder seiner Freunde und diese würden es dann im Reddit posten, weil sie es selber nicht verstehen. Ich meine, selbst wenn jetzt einer kommt und meint von wegen, trololololol, ich hab das schon vorher gehabt, wie wir das beweisen? Ja, ich bin mir dabei der Zahl sehr unsicher. Wenn ich mal jemand, jemand, der so viel Zeit in Guild Wars 2 investiert und auch gerade es so wirtschaftlich spielt, wird irgendwann schon mal Berührungspunkte mit Guild Wars 2 Efficiency gehabt haben. Mhm. Also, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber du würdest es halt erwähnen, wenn du merkst, dass du um 200.000er Limit bist. Entweder für, also ich glaube nicht, dass du das komplett für dich behalten würdest. Also, also ich bin mir ziemlich, also das ist jetzt meine Sache, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht der Erste war, ähm, weil ich zum Beispiel, also wieder die Zeit, ich hatte mit Leuten Kontakt, die zum Beispiel schon damals, vor zwei Jahren oder sowas, ähm, genug Ewigkeit hatten auf der Bank, um damit locker das Limit zu erreichen. Richtig, richtig. Das haben auch ganz viele, ganz viele in Guild Wars 2 Efficiency. Du kannst gucken, dass der Bankwert bei einigen Leuten in die Richtung von 500.000 bis eine Million Gold geht. Aber der Münzwert, den die haben, liegt irgendwo bei 100.000 bis 80.000. Ja. Oder bei 80.000 bis 100.000. Ist ja, ist ja an sich eigentlich auch egal. Du zahlst halt, ne, das ist halt wie in Guild Wars 2, du hast ja später auch nicht mehr in 100 Platin gezahlt, sondern in Ektos oder in Armreifen oder was auch immer, wenn die Ektos nicht mehr gereicht haben. Und die zahlen halt jetzt in Ewigkeiten, wenn sie was brauchen. Aber auf jeden Fall. Klingt gut, ne? Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, in Ewigkeiten zahlen. Ich finde aber auf jeden Fall dieses Thema interessant, weil es wieder einen Teil des Spiels ein bisschen beleuchtet, der so im Laufe der Zeit wieder unterging. Also wir kennen die Offensichtlichen und da haben wir wieder den ersten Fall von Leuten, die professionell wirtschaftlich GW2 spielen. Und das fand ich so interessant diese Woche an dieser Meldung. Ich glaube aber, es gibt viele, die sich nicht unbedingt dafür so interessieren, weil ich glaube, man muss einfach so ein bisschen selber dahinter sein, ein bisschen trainen und so, um wirklich Interesse daran zu haben. Weil ich meine, klar ist es cool, dass die Leute das geschafft haben mit 200.000 oder der eine vielmehr. Und wenn jemand zehn Ewigkeiten auf der Bank hat, yay, cool für dich, aber ich glaube, man muss schon ... Aber worauf ich dir aufmerksam machen will, ist, was für eine Macht diese wenigen Personen auch haben könnten auf dem Markt und sonst irgendwas. Aber Fashionfuchs, du kennst die Probleme der Obrigkeit leider nicht. Was ist, wenn ich zum Beispiel große Summen an mystischen Münzen kaufen möchte von diesen Menschen, dann muss ich in Ewigkeiten bezahlen. ArenaNet muss anfangen, größere Währungen einzuführen. Ich bin dafür, dass Ewigkeiten gesteckt werden können. Ich breche das Thema jetzt an dieser Stelle übrigens mal ab, weil zu viele Leute schreiben, dass sie nicht begeistert sind von dem Thema. Ja, genau, das meinte ich. Wir verlieren uns halt gerne mal in solchen Sachen, vor allem, wenn wir sie schon letzte Woche besprochen haben. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem zweiten wichtigen Reddipunkt, den ich immer noch finde und der für mich ganz, ganz tief geht. Und zwar haben wir Speedruns. Wir haben endlich neue Speedrun-Times, Leute. Das ist wichtig. Hände hoch, wer sich dafür interessiert. Ja, ich melde mich mal halb. Siehst du? Weil an sich, es ist immer interessant, aber ich habe leider nicht mehr so einen festen Bezug dazu, als ich da mitreden kann. Und es sind immer nur die ein, zwei Gilden. Oder es ist, glaube ich, eh nur noch QC. Und LN vielleicht noch, oder? Ja, das ist... Lakin Ups im deutschen Raum, du hast aber mit Snowcrows und so weiter, du hast schon einige Gilden. Genau. Ja, aber das ist auch wieder so ein Nischenthema, finde ich. Ich muss, aber guck mal hier, das ist... Das ist genau, warum ich mich da interessiere. Die große Masse ist ja schön und gut. Und ich mag auch, es ist ja so, wir befinden uns da immer da drin. Aber was ist denn mit den kleinen Splittergruppen? Zum Beispiel wie jetzt gerade die mystischen Münzen, die Trader, die sind ja auch vorhanden. Dann gibt es die Speedrunner. Dann gibt es die Leute, die RP machen. Das ist ja auch ein Rand... Jetzt die WVW-Wähler, die... Das ist die wichtigste Randgruppe. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen. Ich habe diese Woche super viel WVW gespielt. Und ich bin ultimativ begeistert von der WVW-Community. Es ist unfassbar schön, wenn man roamt. Und wenn man wirklich faire Duelle auf offenem Feld hat. Es ist unfassbar, wie nett diese Leute sind. Das ist keine Ahnung, wie die das machen. Aber es ist... Ich bin begeistert. Was ist eigentlich gegen die Idee des WVWs? Weil das soll ja eigentlich so große Schlachten sein. Wenn man faire kleine Duelle haben will, da spielt man Arena PvP. Ja, aber es ist halt... Das ist schon was anderes. Also ich hatte mich letztens zum Beispiel mit einem Mesmer in Camps abgewechselt. Wir haben, obwohl er von einem anderen Server war, habe ich mit dem abwechselnd Camps gemacht. Ich habe ihm ein Camp gecleared und ihn gelassen. Dann sind wir zum nächsten Camp gegangen und haben das gecleared. Und er hat mir das gelassen. Und als dann die dritte Fraktion kam, haben wir zusammen wie eine Bruderschaft zusammen gegen diese anderen gekämpft. Das ist einer der coolsten Erlebnisse, die ich bis jetzt hatte. Guck mal, siehste, das wäre eine super Geschichte gewesen für unser Intro vorhin. Ja, zu spät. Egal. Back to the topic. QT Speedruns, genau. Genau, QT Speedruns. Wir haben ja bei uns in der Raid-Gruppe, legen wir ja momentan auch sicher halt zwei Bosse. Aber die drei Bosse, die halt von QT neu aufgestellt wurden, oder die Zeit neu aufgestellt wurden, war halt der Vale Guardian, der Talwächter. Da möchte ich ganz kurz erwähnen, ich fand diese Gruppenkonstellation, man spielt ja momentan eine 2-5er-Gruppe. Das heißt also, man nimmt in jeder Gruppe einen Druiden, einen PS-Warrior, zwei Tempest und einen Cronomancer mit. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass sie einen, also sie spielen beide PS auf Condi, sie spielen, ich glaube ... Ja, sie spielen einen auf Condi bei Vale Guardian. Eine nur? Ja. Zwei Condi-Druiden, ein Condi-Warrior, und dann kommt eben das, was du hervorheben willst. Genau. Und zwar meine Klasse, die ich von Herzen über alles liebe, muss ich wirklich sagen, seit Neuestem, der Waldläufer, also wirklich Waldläufer, nicht Druide, sondern der Waldläufer auf Condi-Damage, weil es momentan die stärkste Condi-Klasse ist. Und ich will nur den Leuten das ans Herz legen, wenn ihr mal wirklich sehen wollt, wie jemand, also wie die Leute wirklich auch in Perfektion, in Perfektion ihre Skills in richtiger Reihenfolge und Timing drücken, dann guckt euch einfach dieses Video an. Es hilft euch wahrscheinlich nicht weiter, wenn ihr selber raidet, weil es einfach zu hochspezifisch ist, aber es ist wirklich eigentlich eine Meisterleistung, wie schnell die und wie gut die halt die Skills in richtiger Reihenfolge drücken. Ja, wer zum Beispiel unsere Raid-Streams montags schaut, sieht, dass ich genauso schnell drücke, aber dass mein Ping nicht mitspielt. Deshalb kann ich gar nicht so gut sein. Ja, und es liegt nur an dem Ping. Nein, aber du siehst das manchmal. Nein, aber du siehst das manchmal. Ich drücke Avatar und vier, aber der Avatar hat sich noch nicht aktiviert und plötzlich bewege ich mich irgendwo anders hin. Also, es ist teilweise beim Streamen zumindest wirklich der Ping. Aber ja, es ist beeindruckend, wenn man das Ganze tatsächlich mal gesehen hat. Selbiges gilt dann später auch für Gorseval und Xera. Das sind eben die anderen beiden Bosse, die sie noch zeigen. Ich meine, das ist aber auch nichts Neues dann in dem Bereich, weil wir haben jetzt oft die Meldung gehabt, dass QT irgendwelche neuen Rekorde aufstellt, entweder weil sie mit, keine Ahnung, drei Mann und dann den Boss killen oder halt jetzt den Boss mit einer neuen Zeit, aber ... Ja, es sind halt neue Zeiten in Zehnergruppen. Zwei Minuten für den Vale Guardian ist halt schon flott. Da legen andere Dungeon-Bosse nicht, ne, in der Zeit. Ja, ich meine, es ist natürlich ein Achievement, wenn man bedenkt, dass manche Raid-Gruppen halt irgendwie acht Minuten dafür brauchen. Oder manche erst bis auf jemand kürzlich hinaus zögern. Ja, aber es ist halt mittlerweile more of the same irgendwie. Zumindest meiner persönlichen Meinung nach. Dass man halt dann so, ja, nett, haben sie halt wieder was gemacht. Reih dich mal bei Tilman an, ne? Der sagt, wird Zeit für einen neuen Wing. Würde dich dann zurückholen, war nicht das? Neuer Wing? Ah, hm, hm. Oder würdest du dann mit uns mal mitkommen, wenn wir jemanden bräuchten? Ich würde dann, denke ich mal, irgendwie mit euch oder mit der LAM mich vielleicht einreihen, weil meine alte Raid-Gruppe, glaube ich, nicht mehr existent ist. Die Frage ist halt, möchte ich zurückkommen? Ja, würdest du mit einem neuen Flügel mal so ... Äh, das Dumme ist, ein neuer Flügel an sich würde mich noch nicht reizen, weil ich weiß, wie das PvE-System oder das Raid-System im Allgemeinen bei Guild Wars 2 funktioniert. Und da hat der Dieb leider keine guten Karten. Und ja, ich bin irgendwie mit der Gesamtsituation des Raid-Systems, bin ich irgendwie umzufrieden. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Kann sein, dass sich was geändert hat. Aber ich denke, es wird immer noch das Gleiche sein, dass Mesmo OP sind, quasi für alles benötigt. Nee, deswegen brauchst du jetzt zwei. Ja, du brauchst zwei. Aber es ist halt ... Es hat sich doch schon was in dem Meta geändert. Also stark geändert sogar. Ja, ich bin halt ... Aber ich bin halt ... Ein Grund, warum ich ... Ich weiß, es ist immer blöd, aber ein Grund, warum ich das Raid-System bei WoW schätze, ist, da kann man halt sagen, bring the player not the class. Weil da kannst du wirklich, sag ich mal jetzt, grob gesehen alles spielen fast. Gibt's nur noch die festen Rollen, wie Tanks, Heiler und DDs. Und nicht jede Klasse kann alles machen, aber unser Raid kommt auch zustande, auch wenn wir jetzt nicht ein Mesmo hätten zum Beispiel, wenn wir es mal drauf übertragen würden. Bei Guild Wars 2 muss ich eher nach den Klassen gucken oder eher gucken, welcher Spieler welche Klasse bringt und nicht andersrum. Ja, das ist aber nur bei Random-Gruppen so. Also, wenn du eine eingespielte Gruppe bist, da hast du auch schon alles gesehen. Also, es gibt genug Videos mit zehn Waldläufer legen, gegen Gorsewald oder irgendwie ... Also, es ist halt jetzt nicht so, dass es halt nicht flexibel ist. Und auch in den Meta-Builds für Raid-Gruppen gibt es zum Beispiel, der Dragonhunter hat wieder einen Platz gefunden, zum Beispiel ohne Probleme. Es gibt halt ... Krieger spielt man auf zwei Arten. Ein Dieb ist auch ohne Probleme, kann man einsetzen für einen Tempest. Nice, okay, gut. You sold me. Ich werd's mir auf jeden Fall wieder angucken. Also, ich sag mal, in der Standardgruppe ja. Ohne Probleme. Da machen jetzt die 4-5-K-DPS-Unterschied nicht so viel aus, aber ... Ja, genau. Ja, das war zum Beispiel mein Problem, was ich da mit dem Guild Wars 2-Railing-System hatte, dass jeder Fight an sich am Ende quasi nur ein DPS-Race war. Ja, daran hat sich nicht viel geändert. Und ich mag halt Bosse, wenn ... Ich mag halt Bosse, wenn die Mechaniken eher hart sind. Und das ist bei Guild Wars 2 war's eher das Problem, dass ... Ja, Hauptsache, du kannst den Boss schnell genug down DPSen, der Rest ist an sich trivial. Ja, aber da musst du halt dir auch überlegen, wenn du Dieb spielst, bist du halt auch eine der wenigen Klassen, die wirklich gar keine Aufgabe haben, außer Schaden zu fahren. Wenn du überlegst, wenn du ein Mesmer spielst und du spielst den Gorseval ohne Updraft, dann ist der Mesmer schon eine Klasse, die viel Verantwortung hat. Wenn du aber jetzt sagst, ja, ich spiele nur Tempest, den ohne Updraft machen, dass du deine Rotation in der perfekten Sekunde durchklickst. Ja, das ist halt ... Das ist ... Die Raids haben ja auch Spaß gemacht in Guild Wars 2. Sie waren natürlich perfekt. Und ich bin da vielleicht auch durch andere Spiele ein bisschen vorbelastet. Ich werde auf jeden Fall wieder reingucken, aber es ist, glaube ich, eine Sache, die Encounter müssen halt noch ... Da ist noch Luft nach oben, finde ich. Und das Kampfsystem von Guild Wars 2 im Allgemeinen ist halt eine Sache für sich. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon, aber es wird noch eine Weile dauern, denke ich mal. Oder gibt's da schon Neuerungen? Ich glaube nicht, Budi, oder? Nee, das Einzige, was es gab, war ... Da gab's auch letztens jemanden, der gesagt hat, aber die haben doch gesagt, dass im Dezember ... Nein, haben sie nicht. Es gab einen Riss im Eis. Äh, AMA hat die gute ... Wie heißt der immer? Chris Reed, genau. Gesagt, dass der neueste Raid, in Klammern Wing, Klammer zu, also es klingt so nach einem Ein-Raid, also nach einem Raid, also einem einzigen Flügel, ja. Dass der soweit fertig ist, dass 50 Prozent releasbar ist und 50 Prozent gerade getestet wird. Was meiner Meinung nach schon ein relativ weiter Stand ist. Das heißt, die Boss-on-Encounter stehen, sie sind zu 50 Prozent durch und zu 50 Prozent am Feintuning. Das spricht dafür, dass sie nicht mehr ganz so weit weg sind. Ist auch ganz interessant, was sie gesagt haben, ähm, oder was sie gesagt hat, war nämlich, dass sie am ersten Flügel als komplettes, äh, Raid-Team gearbeitet haben und für Flügel zwei und drei sich geteilt haben. Das heißt, die Hälfte des Teams saß an Flügel zwei, die Hälfte des Teams an Flügel drei. Und dass sie sich deshalb dann im Laufe der Entwicklung dazu entschieden haben, jeweils einen, ich nenn es mal, äh, Boss in Anführungszeichen, ne, Escort und Banditentrio gemacht haben. Und dass sie diesmal wieder komplett als Team gearbeitet haben. Und dieses komplett als Team gearbeitet deutet meiner Meinung nach an, dass wir eben diesmal keine von diesen Events haben werden, sondern tatsächlich einen Flügel voll mit Bossen. Hoffentlich, weil es war zwar nett als Filler-Content, aber dann doch irgendwie Sachen wie das, äh, wie, äh, McLeod. Achso, nein, hier stand sogar vier Bosse und kein Boss-Event für die nächste Red Distance. Gut. Wenn sie dann noch die Trash-Events ein bisschen runtersetzen, bin ich zufrieden erst mal. Das ist, das ist der Traum eines jeden GW2-Nerds. Weniger Trash und mehr Boss, oder? Ja. Ich mein, Trash an Cils ist ja auch gut zur Auflockerung, aber wenn ich zum Beispiel an das Geister-Resivant, ähm, im ersten Ring denke, rrrr. Es ist einfach nur, diese Geister stehen mir einfach nur meine Zeit. Du weißt schon, dass du jede Woche erwähnt wirst. Deshalb, Vanitas sagt jedes Mal, es nervt total. Und jetzt kann ich ihn vollkommen verstehen. Verstehe ich gerade nicht, aber okay. Nee, du wirst jeden Montag erwähnt, explizit. Echt? Ja, Sputti sagt jedes Mal, ja, am Anfang fand ich das noch ganz nett, aber Vanitas hat gesagt, es nervt ihn. Und jetzt nervt es mich auch. Ich bin jetzt also ein Trendsetter für Sputti. Das hab ich zweimal gesagt irgendwie, aber gut, ja. Ja, also, ja, äh, Tee hat recht. Ich mein, ich hab aber auch nicht Unrecht, oder, Sputti? Nein, nein. Es ist nervig. Ja, ja, ich sag ja gar nichts. Gut, egal. Ich würd mal sagen, ich glaube, wir haben einen Raid so ein bisschen, äh, schon rumgewurstelt. Wir sollten mal vielleicht weitermachen direkt mit dem nächsten Thema. Ich gucke gerade noch mal so durch, ähm, was ich auf meiner, äh, schlauen Themenliste noch habe. Und im Prinzip sind das noch zwei Dinge. Und eins, das passt zumindest noch so ein bisschen zum Thema Reddit, darum, äh, greif ich das auf. Und zwar das, äh, PvP-Turnier von Hellset, das als nächstes ansteht. Und zwar Sonntag in einer Woche, also in ziemlich genau elf Tagen, wird das Ganze stattfinden. Und ich kann euch schon mal so viel versprechen, ich bin da ja, äh, noch mit den, mit den Jungs im Discord, denn ich werd dazu gleich auch noch eine News machen, äh, aufmerksame Leser, die den Reddit-Thread-Show gefunden haben, wissen, äh, dass es auch einen deutschen Showcast aller Voraussicht nach geben wird. Wow! Mit von wem denn? Von wem? Äh, weiß ich nicht. Äh, nein, auf jeden Fall, ähm, da hat der, äh, verehrte Hellseth organisiert zusammen mit Sinjana ein Turnier, und zwar das Tournament of Groucheru, als, äh, kleine Hommage an unseren ihm Grouch, der ja ArenaNet jetzt quasi pünktlich zum Aufstieg des PvPs verlassen hat. Ähm, und angekündigt wurde, dass mit 10.000 Gold und 8.000 Games Preisgeld, ich kann so viel versprechen, äh, das wird sich noch mal mehr als verdoppeln. Ähm, das ist fucking, also, es ist wirklich beeindruckend, was die, was die Community da gespendet hat und was da von allen Seiten reingeworfen wurde. Äh, ich glaub, ich glaub, Hellseth hatte das heute auch getweetet, äh, Fandram, der, äh, amerikanische Spieler von Absurd, hat einfach mal spontan 15.000 Edelsteine in den Ring geworfen und gesagt, hier nehmt. Ähm, und soweit ich das richtig sehe, werden die auch genommen. Das alleine würde uns jetzt schon auf 23.000 Edelsteine katapultieren, äh, an Preisgeld. Und es wird im Prinzip ein relativ einfaches Turnier sein, äh, ich glaub, 32 Teams ist aktuell der Plan, die in Single Elimination gegeneinander antreten, äh, bis dann eben nur noch ein Team als Gewinner am Ende übrig bleibt. Das Schöne dabei ist, die ganzen Teilnehmer der World Championship sind gebannt, also kein Rank 55, kein Denial, kein, oder beziehungsweise, ja doch, Denial sind sie ja jetzt, ehemals TCG, kein, ähm, Vermilien und natürlich auch von amerikanischer Seite kein Team wie Absurd oder PC, die sich da einmischen werden, sondern es spielen eben die, ich nenne es mal lieblich, der Nachwuchs darf ran bei diesem Turnier. Das, das Wichtige ist, es wird übrigens nach den, äh, Tournament-Richtlinien gespielt, also das heißt, jeder darf nur, also jedes Team hat jeweils nur eine Klasse, also eine einzigartige Klasse, das heißt, ähm, es darf nur ein Ranger zum Beispiel mitspielen oder nur ein, äh, Revenant. Ähm, es ist halt Best of Three noch, also das heißt, ähm, wir spielen, äh, drei Maps, die jedes Mal fest sind übrigens, das kann man sich auch nachgucken, ähm, und ich möchte noch, äh, eine Sache sagen, die ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, das ist übrigens alles nur möglich gemacht worden, weil momentan, ähm, auch die Leute, die hier sind, ganz besonders die Twitch-Community, so unterstützend gegenüber den PvP-Leuten sind. Also es ist wunderbar, dass halt die Leute jetzt anfangen, mehr Guild Wars 2 PvP-Content zu gucken. Das ist so krass, ne, wenn ich, wenn du früher geguckt hast, ne, so ein Hellset hat mal im Peak zwei, dreihundert Zuschauer gehabt und jetzt rotzt einfach mal Zinjana oder auch ein Sanan dann einfach mal so mitten in der Nacht vier, fünf, sechshundert Zuschauer dahin. Genau. Das ist richtig explodiert. Und dass es dieses Turnier gibt, dass es dieses Turnier gibt, ist eure Schuld. Wegen euch werden so hohe Preisgelder gemacht. Das ist nice. Und ihr könnt, ihr könnt sie euch, äh, theoretisch sichern, ähm, ihr müsst euch eben als ganzes Team anmelden, das sollte man vielleicht noch sagen, aber es gibt ein schönes Reddit und da könnt ihr, da gibt's sogar aktuell einen Mega-Thread. Also es ist reddit.com slash air slash Guild Wars 2 t-Pvp-Teams. Ich hab's hier mal verlinkt auch. Äh, da gibt's einen extra Thread, wo sich, äh, gesammelt werden kann, um eben jetzt noch ein spontanes Team zu gründen, um an diesem Turnier teilzunehmen. Ähm, und ich sag's mal so, es lohnt sich schon, wenn ihr die erste Runde übersteht. Wer so ESL-Turniere verfolgt und sowas, weiß wieso. Also es wird voraussichtlich schon die ersten Belohnungen geben für das Überleben der ersten Runde. Und das sollte, äh, durchaus möglich sein. Das Schöne ist, in diesem Mega-Thread kann sich auch gesammelt werden, um, äh, Scrims zu suchen. Also andere Fünfer-Teams, gegen die man so ein bisschen trainieren kann. Und das halte ich, glaub ich, für eine ganz sinnvolle Sache, wenn man, auch wenn man jetzt schon ein fertiges Team hat und sagt, weiß ich nicht, unsere LAM zum Beispiel, hier Kleinfadder und Tillmann und so, würden jetzt ein PvP-Team auf die Beine stellen, möchten aber vorher üben, dann könnt ihr euch eben da im Reddit-Thread, äh, gleichgesinnte Teams suchen, die auch gerne in 5 gegen 5 üben möchten und könnt dann quasi daran teilnehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das hat Hayseth, glaub ich, auch in einem anderen Video gesagt, dass es möglichst in der Season mit Solo-Duo-Q weitergeht, aber dass es genügend Anreize gibt, auch mit Fünfer-Teams zu trainieren und dass die Fünfer-Teams auch anfangen, untereinander zu trainieren. Und deshalb halte ich das für sehr, sehr sinnvoll, dass es dann eben auch so extra Reddit-Threads gibt oder auch andere Bereiche, wo sich Teams, äh, fürs PvP oder eben für solche PvP-Übungs-Matches, äh, finden können. Ich, ähm, poste jetzt gleich nochmal den Link von dem, äh, aktuellen, also von der aktuellen Anmeldungsseite und, ähm, dem aktuellen Reddit-Thread rein. Und, ähm, was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, was, ähm, was ich sagen möchte, wenn ihr wirklich PvP mit 5 Mann spielt, wir hatten das heute zu dritt, Sputti, ein Freund von mir, also der Kevin und ich, wir haben halt zusammengespielt. Und wir haben zwar verloren, aber wir haben die ganze Zeit gesagt, wie viel Spaß das macht, auch wenn wir verlieren, wie viel wir auch dadurch lernen, dass wir halt zusammenspielen. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man auch mal diese Erfahrungen sammelt. Und vielleicht gibt es einige Leute da draußen, die dann wirklich, wirklich Spaß am, ähm, PvP gewinnen. Und ich hoffe, dass sich vielleicht einige Leute motiviert dazu geben. Und ganz am Anfang, wo ich so ein bisschen gejubelt habe, ich hab versucht, das Publikum zu mimen, ähm, ich bin ganz großer Fan davon. Ich, nicht nur von Hellseth und Zindranir, super Streamer, PvP-Streams, könnt ihr euch immer angucken, immer Entertaining, oder auch zumindestens könnt ihr da was lernen. Ähm, aber das Wichtige ist, dass dieses Turnier eine Möglichkeit gibt, ähm, auch, dass die Community was zurückbekommt. Und ich bin auch super froh, dass es da zu einem deutschen Shoutcast von Sputti gibt und seinem noch unbekannten Co-Moderator. Ähm, aber ich bin ein riesiger Freund davon. Und ich freu mich mega auf dieses Event. Jo, kann ich halt nur zurückgeben. Und wie gesagt, ne, Guild Wars 2, PvP, ich denk mal, wir sind an einem, an einem wirklich guten Punkt angekommen. Hellseth hat er das auch in seinem Video gesagt. Und ich muss auch übrigens, ne, auch wenn Tiger für Tito geschleimt hat, einmal ein kurzes Lob an Hellseth aussprechen für die Organisation. Hab ich ihm auch schon so, glaub ich, geschrieben. Und auch für die, für die Videos, die er in letzter Zeit macht. Weil er hat sich, er hat sich verändert. Und er hat auch, glaub ich, selber im letzten Video gesagt, dass er, äh, die Community und überhaupt so das Guild Wars 2 richtig ins Herz geschlossen hat. Und man merkt, dass er engagierter ist als früher. Früher hat er halt sehr für sich selber, sehr, sehr viel für sich selber getan. Hielt sich halt selber immer für den, für den, für den Größten, ja, für den einzig wahren King, den es in Guild Wars 2 gibt. Da hat es sich aber nicht so viel dran geändert. Nein, daran hat sich nicht viel geändert. Aber er ist halt jetzt deutlich toleranter, communityoffener. Und er zeigt halt auch Interesse daran, dass das Gesamtprojekt weitergeht. Er ist ein gerechter König geworden. Ja, auch er entwickelt sich irgendwann und merkt, dass sein Volk doch mal langsam regiert werden möchte. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, das PvP-Turnier. Ich werd die News nachher noch mal updaten. Und ich werd auch weitere Informationen dazu noch veröffentlichen. und, ja, freu mich sehr darauf. Ist auch sehr, sehr gut für mich. Jetzt hab ich mal wieder einen engeren Draht zu Hellseth und Co. gehabt bei der Organisation. Ist ganz lustig. Und ich find's immer wieder ganz lustig, wenn, 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 wenn PvPler merken, was du eigentlich für eine Scheißorganisation dahinter hast. Weil sie schimpfen immer so gerne auf die ESL. Sie schimpfen immer so gerne auf Arena nicht. Aber lass die mal selber sowas organisieren, ne? Wie schnell die an ihre Grenzen kommen, ist immer wieder sehr, sehr lustig. Also ich hab das sehr genossen. Ich calle das hier und jetzt. Ich geb Schwurt hier ein Schmatzer auf die Backe, wenn ich über ihn es hinbekomme, Hellseth dieses Jahr noch kennenzulernen, persönlich. Das call ich hier und jetzt. Aber die Frage ist, will ich das? Keine Ahnung. Ich weiß genau, dass ich dich übermannen kann, ohne Probleme. Das macht's nicht besser. Ja, ansonsten. Gut, die lauf einfach. Ich geb mir Mühe, aber ich bin halt auch nicht der Schnellste. Gut, die ist langsam, oder bin ich mir ziemlich sicher? Wenn ich mir nicht liebe, treibt mich an. Liebe ist mein Motor. Das hat er hoffentlich nicht gesagt. Oder wenigstens vergesse ich es schnell wieder. Ja, und dieser Podcast wurde auf einmal sehr intim. Es gibt halt noch eine Sache, die ich so im Zusammenhang mit GateNews erwähnen möchte. Und zwar haben wir ... Nein, zwei Sachen sogar. Und zwar haben wir jetzt hier auch so eine ... Ich hab sie diese Rubrik Tipp des Tages genannt. Und ich hätte dazu unglaublich gerne noch mal Feedback von euch. Also wenn ihr das später auf YouTube schaut, wenn ihr das jetzt gerade auf Twitch schaut, oder wenn ihr zufällig so eine News lest, die mit dem Tipp des Tages zu tun hat, gebt, gebt da einfach mal ein bisschen Feedback zu. Ich schwanke da sehr, sehr stark. Weil das sind so Kleinigkeiten. Bin gespannt, wie lange sich das halten wird. Nein, nein, nein. Das Ding ist ja, ich mach halt das, was ich zufällig gerade bemerke, was halt interessant ist. Das hat keine Regelmäßigkeit und so was. Ach so, ich dachte, du würdest jetzt jeden Tag einen Tipp bringen. Nein, 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 genau. Es sind halt immer so kleine Dinge, die an diesem Tag relevant sind. Wie zum Beispiel, damit fängt das Ganze ja an, dass gerade in der täglichen Rotation mystische Münzen sind. Dass gerade zum Beispiel Obsidian-Scherben in der richtigen Rotation sind. Das war ja mein anderer Tipp des Tages. Ich glaub, ich hab drei Stück bisher geschrieben. Tipp des Tages. Mal gucken, was GateNews dazu sagt. Obsidian-Scherben. Ach so, genau. Und bei dem einen Sprungrätsel, wie man schummeln konnte, damit man genau dieses tägliche Sprungrätsel ganz schnell lösen kann. Das sind halt so ganz kleine Dinge, die eigentlich in den 120-Zeichen-Tweet zum Beispiel passen würden. Ist halt die Frage, ob sich das als News auf der Seite tatsächlich bezahlt macht oder nicht. Viele haben geschrieben ja. Zwei, drei haben auch geäußert. Eigentlich ist mir das zu wenig für eine komplette News. Dementsprechend muss ich mir das halt noch mal angucken. Dass wir da nicht unsere Seite irgendwie mit solchen kleinen Tipps dann irgendwie zumüllen. Deshalb gerne Feedback von außen. Jetzt noch als Tipp. Ihr solltet versuchen, jetzt bei dem Neujahrsevent immer diese Böller-Sachen zu machen. Also in Götterfels diese fünf oder sechs Böller auf jeden Fall in die Luft zu sprengen. Und die Öffnung der Kuverts solltet ihr auf jeden Fall machen. Das ist super schnell gemacht. Und es bringt eigentlich immer Vorteile, wenn man die Kuverts nicht direkt aufmachen, sechs öffnen und den Rest im Inventar lassen und am nächsten Tag noch mal die sechs öffnen. Und das ist eigentlich immer vorteilhaft, wenn ihr es so macht. Genau, und das andere Projekt, da kannst du dann fragen, wie lange das hält. Es hat mit unserem lieben Advance zu tun, der sich ja auch schon im Chat sehr, sehr regelmäßig mit den Leuten unterhält. Und zwar geht es um die gelesene Fassung der Lore am Sonntag. Das war was, was sich Angelo, glaube ich, als allererster gewünscht hat. Und ich habe dann einfach mal in die Gilde geschrieben, ey, wie fändet ihr das, wenn? Und das Feedback dazu war, und das muss ich halt tatsächlich sagen, gigantisch. Und viele haben gesagt, ja, klar, gelesene Lore am Sonntag, warum habt ihr das nicht schon lange so gemacht? Weil viele Leute zu faul sind, sich die Lore-Artikel gar nicht durchzulesen. Ja, ich wollte gerade sagen, sind wir doch ehrlich, die meisten Leute sind faul, aber ich würde mir, glaube ich, auch dann so was, einfach, wenn ich Dailies mache oder so, dann einfach so was anmachen, man kann es halt nebenbei hören. Passiv halt. Genau, das ist natürlich eine coole Idee. Und da habe ich mir ja gedacht, ne, Sputtis Stimme hört ihr schon immer. Podcast, Podcast, Sputti, irgendwelche Schwarze im Truhenöffnungen, Guides und was weiß ich nicht was. Lass doch mal wen anders sprechen. Und dann drängte sich plötzlich dieser Vance in den Vordergrund, der gesagt hat, boah, hätte er schon mal Bock, was mit meiner Stimme zu machen. Dann habe ich gesagt, hier, guck mal, mach mal was mit deiner Stimme. Er hat jetzt die erste Ausgabe gelesen, nämlich die Lore am Sonntag, die Flammenlegion. Und er hat auch schon, dazu wollte ich ihm eigentlich heute noch Feedback geben, was ich wieder nicht geschafft habe. Da hat mich jemand abgelenkt. Und zwar wollte ich ihm noch Feedback geben zur gelesenen Lore am Sonntag, die Söhne Svanis. Und das Schöne ist, und das ist das Beste an diesem Projekt, erstens, ich schreibe sonntags meistens neue Artikel dazu. Und zum anderen hat der verdammte Advance noch 44 Artikel aufzuholen. Das heißt, das Projekt hat unheimlich viel Potenzial, in Regelmäßigkeit fortgeführt zu werden. Und wenn euch das gefallen hat oder ihr sonst wie Feedback dazu geben möchtet, ich glaube, das ist das Video mit den meisten Upvotes in diesem Jahr. Gut, das Jahr ist jetzt zugegangen. Das Jahr ist jetzt auch nicht so lange. Aber immerhin. Ja, die Leute wollen den süßen Vance auf jeden Fall sehen, würde ich sagen. Oder hören. Wobei ich sagen muss, dass das Schwarzdöwen-Video jetzt gerade mit 52 Upvotes zu 62 Upvotes von dem gelesenen Lore am Sonntag wahrscheinlich gewinnen wird morgen. Aber gut, schade, Vance. Du gewinnst halt nicht gegen die Konsumgeilheit der Leute. Nein, alle für Vance-Stimmen. Vance-Stimme, da wird man schon mal ... Da geht's schon rund. Da geht's schon rund. Ich fand's halt gut gelesen. Und ich finde, er hat jetzt die zweite Ausgabe noch mal ein Stück besser gelesen. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Besser als das erste? Ja, weil er noch ein bisschen auf die Betonung achtet. Und ich freu mich da auch schon drauf, wenn das ... Ja, keine Ahnung. Da muss ich mir ein paar Kerzen hier zu Hause anzünden und mir einen schönen Tee aufsetzen. Und dann genieße ich Vance schön in meiner gemütlichen Höhle. Das klang jetzt etwas komisch, aber gut. Too much information. Ja. Ich möchte an dieser Stelle übrigens hier Baker grüßen, der mich fragt, wie ich Vance Gute-Nacht-Geschichte fand. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber Vance hat irgendwann angefangen, im Discord von Maren, war das, glaube ich. Ja, von mir. Geschichten vorzulesen. Beziehungsweise doch eher Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat oder ob er es frei erzählt hat. Irgendwann um ein Uhr haben sich, oder um halb zwölf, haben sich plötzlich Leute versammelt da und meinten, Vance ließ uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und ich habe dann halt im Halbschlaf, weil ich gerade vorher noch eine Antwort getippt hatte, an irgendwem per WhatsApp, auf dem Handy, dann wurde ich getaggt mit hier, edgebuddy, komm dazu. Und ich war dann wirklich am Handy dran und habe mir dann wirklich, während ich im Bett lag und eigentlich schon geschlafen habe, eine Gute-Nacht-Geschichte von Vance angehört. Das war sehr lustig. Und ein bisschen merkwürdig. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es hört sich so ein bisschen so an, als könnte man vielleicht da mal so ein Event draus machen. Also, wenn ihr um 23 Uhr demnächst mal überlegt, eine Gute-Nacht-Geschichte von Vance vorgelesen zu bekommen, wir werden mal gucken, ob wir da eine organisatorische Teil machen. Wichtig ist, schreibt es bitte unten in die Kommentare oder bei Twitter. Spamt einfach Guild News zu, dass ihr unbedingt Gute-Nacht-Geschichten von Vance haben wollt. Bin ich überzeugt davon. Ich finde, ohne Witz, ich finde, das ist eine geile Idee. Hier und jetzt, ich rufe Appeler dazu auf, Guild Wars zwei Nachtgeschichten zu schreiben. Und Vance wird die vorlesen. Frag doch Vance erst mal, bevor du ... Nein, Vance weiß es. Vance möchte das machen, habe ich gehört. Vance, ich wollte dich beschützen. Ja, es gibt keine Möglichkeit. Vance kann das nicht ... Ich hatte da tatsächlich eine Idee. Das muss ich aber halt erst mit Ramon klären. Weil ich fand das wirklich eine richtig gute Idee. Bin ich letztens drauf gekommen, als ich ... Was war denn das genau? Als ich Hörbücher gesucht habe, die ich auf der Zugfahrt hören kann, ich habe ja immer einen relativ weiten Weg, da habe ich gelesen von Dirk Bach, hier die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer gehört. Das ging ja nur 13 Stunden. Da habe ich mir überlegt, wie geil wäre das eigentlich, wenn Vance einfach so das komplette Edge of Destiny oder Ghost of Ascalon oder so was liest. Die vollen 18 Stunden. Ich glaube, so was kannst du schlecht machen. Ja, deswegen wollte ich Ramon fragen. Kommt da mit Copyright in die Probleme. Genau, deswegen muss ich Ramon vorher fragen, ob der mich umbringt, wenn ich das mache. Ich fände das so nice, wenn Vance einfach 18 Stunden lesen müsste. Aber dafür würde ich das gerne machen. Wir haben doch auch Uschi zum Beispiel, die eine sehr, sehr große RPlerin ist. Also das ist halt ... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber sie hat halt extrem nice Geschichten zu ihren Charakteren geschrieben. Ich meine, so was kann man vielleicht irgendwann mal anders klären. Ich meine, ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber ich glaube, wir haben irgendwo den Kurs verloren. Wir hatten mal den Kurs. Du bist hier. Ja, ich weiß nicht. Ich habe vor uns einen Eisberg gesehen. Make RP great again. Ich möchte nur make RP great again. Auf jeden Fall, gelesene Lore am Sonntag geht auf jeden Fall weiter. Ich denke mal ein bisschen früher, sogar als Samstag, werdet ihr die Söneswaniers verfolgen können und wir gucken, wann ich dann Vance die nächste Ausgabe aufschwatze. Vielleicht kriege ich das sogar hin, dass ich die neue Lore am Sonntag ein bisschen früher schreibe und Vance die so einliest, dass sie quasi zum Release auch als Audioversion zur Verfügung steht. You want to give him the text in advance? Wow. Nein, da gehe ich nicht drauf ein. Ansonsten habe ich alles, was auf meiner Liste mal ursprünglich drauf stand, durchgearbeitet und gebe wie immer die Frage an euch weiter. Habt ihr noch irgendwas, was euch fehlt? Was ihr gerne erwähnt hättet? Nö, erst mal nö. Hatten wir über das PvP-Turnier gesprochen von Hellseth und Zindranir? Ja, ausgiebig. Dieses großartige PvP-Turnier, worauf wir uns alle sehr, sehr freuen. Ja, gibt es da einen deutschen Cast für? Okay, darauf gehe ich jetzt wirklich nicht ein. Also, ihr drei seid alle so glücklich, dann bin ich es an dieser Stelle auch. Es kommt noch eine Frage, die vorhin im Chat stand, und zwar, was wir von AFK-Farmen halten. Ist das nicht eh verboten? Ist verboten. Verboten. Kommst du und klappst auf die Finger, mach das nicht. Ganz kurz eine Anmerkung. Es ist, ähm, ja. Jetzt mal, weil ich mich immer an der Grenze zum Exploit befinde, muss ich ja ehrlich sagen, ähm, müsst ihr euch immer im Klaren sein, AFK-Farmen, Away from Keyboard, das Weggehen von der Tastatur und dabei Farmen, ist verboten. Wenn ihr euren Charakter aber hinstellt und dauerhaft die Taste 1 drückt, oder alle, sagen wir mal, 30 Sekunden die Taste 1 drückt, dann dürft ihr das. Wenn ihr aber eure Tastatur verlasst, ist es offiziell verboten. Nee, das stimmt nicht. Und das ist ja der Punkt. Es gibt eine offizielle Entwickleraussage. Wer will jetzt nachschauen? Nein, es gibt eine offizielle Entwickleraussage. Ich hab's nämlich grad noch mal nachgeschaut. Vom 8. April letzten Jahres. In der es heißt, wenn man nicht an der Tastatur ist und keine Tasten drückt und auch kein Bot hat, der Tasten für einen drückt oder sonst was, wird man A, nach einer Zeit aus dem Spiel geworfen und B, bis man aus diesem Spiel geworfen wird, macht man tatsächlich nichts Illegales. Bedeutet, wenn mein Pet als Waldläufer, AFK, für mich, Creatures Kid, ist das nicht verboten. Ganz offiziell. Eine offizielle Entwickleraussage dazu, dass ich AFK mit meinem Pet farmen darf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da eine neue gab. Ich mein, es ist ja, es ist ein Exploit, also, was heißt Exploit? Es ist ja einfach nur ein grundlegender, sag ich mal, Design für deiner Spielmechanik, dass so was geht. Es wird halt immer an Orten gemacht, an denen halt keine wirklichen Gegner existieren, aber einfach, weil es halt die Zeit, die Zeit bringt die Belohnung. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist nämlich eine Sache, die ich nämlich letztens im Reddit noch mal gelesen habe, dass es die Frage gab, weil darum hat mich der April so stutzig gemacht, dass die Frage noch mal neu diskutiert wurde, als es um das Thema Nekros in den Bitterfrostgrenzlanden ging. Und ich hab, also, das, was ich halt gelesen habe, war, dass du, solange du, also, solange du an der Tastatur bist, es in Ordnung ist, aber solange du weg von der Tastatur bist, also wirklich deinen Charakter abstellst und dauerhaft ein Bot was machen lässt, dass es dann nicht erlaubt ist. Ja, Botting an sich ist ja auch Botting. Das ist mir egal. Guck mal hier, die neueste Aussage, die ich dazu hab, stammt aus dem AFK-Farm-Thread vom Labyrinth. Als Minion-Master-AFK, das Labyrinth bei Halloween-Farm. Und Chris Cleary hat dazu gesagt, dass das, this isn't a behavior we actually want in-game, and we are working on a significantly more strict AFK-Timer. Das heißt, es ist nicht verboten, aber es ist nicht erlaubt. Ja, okay. Und hier drunter steht, if you're running multiple accounts doing this at the same time, you can expect a reaction from us. Also, wenn du es halt mit mehreren Accounts exzessiv machst, dann ja. Wenn du halt einfach nur AFK stehst, weil du eben weggelaufen bist von der Tastatur, dann ist es okay. Es ist halt schwer nachzuweisen, wer jetzt einfach so AFK ist und wer es absichtlich macht. Das ist halt ... Kann man schlecht jemanden dafür auf die Finger hauen, sage ich mal. Ja, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, das sind nicht ... Also, ich find's ... Also, das Verhalten in dem Fall von Irina nicht so ganz in Ordnung, weil es ist halt ... Also, ich muss sagen, ich find's sehr, sehr grenzwertig. Wieso? Sie machen's doch nur, wenn du mit mehreren Charakteren an der gleichen Stelle stehst. Ja, aber das ist halt ... Also, das find ich halt schon sehr schwach zu sagen, wenn du halt wirklich Multiboxing betreibst und das halt hart benutzt, dann ist es verboten. Aber wenn du's ein bisschen benutzt, dann ist es in Ordnung. Also, da find ich's sehr, sehr schwach. Halt mir einfach fest, man sollte's nicht machen. Punkt. Das ist halt häufig schwammig, was Irina nicht sagt. Das ist halt ... Geht für mich in dieselbe Richtung wie Makros. Zu sagen, ich darf Makros benutzen für Musik. Ich befinde mich bei Makros, das sagen sie selber in der Grauzone im Inventarmanagement und es ist mir verboten, Makros zu benutzen im Kampf. Das ist halt dieseselbe Spiel. Was sag ich jetzt an, der mich fragt, sind Makros in Guild Wars 2 verboten? Den sag ich auch, ja, unter diesen, diesen und diesen Voraussetzungen. Aber beim Inventarmanagement wird nichts gegen dich unternommen und bei Musikinstrumenten erlauben sie's dir sogar. Aber ich muss ... Aber ich muss ehrlich sagen, was ich das Schlimme an der ganzen Sache finde, da hab ich nämlich auch noch nie drüber nachgedacht und da bin ich erst drauf gekommen durch eine gute Freundin, die halt wirklich gut Musikinstrumente ingame spielt, dass die meisten Makros von Leuten gemacht werden, die die Tabs davon klauen. Also die Leute, die diese Tabs schreiben, also wirkliche Musikanten, also Leute, die wirklich Musik im Real Life betreiben, schreiben diese Tabs für die Musikinstrumente um und dann auch für zwei Leute, damit du halt auch ein Musikstück wirklich spielen kannst. Und diese Tabs werden geklaut und von Leuten missbraucht, um sie in Bots einzutragen. Und ich find, Botting auch bei Musik sollten sie zum Beispiel meiner Meinung nach unterbinden, weil's geklaut ist zum Großteil. Ja, aber das führt zu einer Grundsatzdiskussion über Arena-Netz, die wahrscheinlich wieder mal den Rahmen sprengt. Irgendwann machen wir mal so ein Special. Quality of Life in Guild Wars 2, was stört uns, was nicht? Das könnte wahrscheinlich der längste Abend eures Lebens werden. Da bin ich raus. Ich auch. Kein Problem, das ... Lad mich das Thema PvP und Diebe ein, ansonsten ... Dazu machen wir dann am besten, lass mir Tigerfötchen alleine reden und gucken mal dann irgendwie, was so den Abend lang passiert. Gar kein Problem, gar kein Problem. Hab ich mir gedacht. Ja, okay, dann bin ich ... Oder probieren wir hier mal vorsichtig das Ende erreichen des heutigen. Ich danke mich schon mal an dieser Stelle bei Tigerpfötchen, der hier heute eingesprungen ist als Dörden-Ersatz, der, glaube ich, mit seinem Lehrer-Sein beschäftigt war. Ich möchte Dörden noch mal grüßen. Hab ich gehört, dass das hin und wieder passiert. Ich möchte Dörden noch mal grüßen. Einen schönen Abend. Weil ich hab's auch gesehen, dass er im Chat ist. Und schade, dass wir nicht zusammen hier sind. Weil ich hätte auch mehr mit dir jetzt gerne mal gesprochen. Nein. Weil ich finde Dörden einen ziemlich interessanten Menschen. Das eskaliert. Okay, bevor eben auch genau das passiert, sage ich auch danke an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute mit über 150 Zuschauern, glaube ich, mal wieder einen ganz guten Wert erreicht haben. Ich erinnere noch mal daran, dass ich gleich die PvP-News updaten werde. Dann seid ihr da auf dem neuesten Stand. Und ansonsten geht wie immer, folgt Gate-News auf allen Kanälen. Folgt Baren auf allen Kanälen. Folgt Vanitas. Für Tigerpfötchen hab ich jetzt leider nichts. Folgt im Zweifelsfall auch Dörden. Ich bin heute mal großzügig und poste ihn auch mit rein. Dann habt ihr alle Links und alle Leute beisammen. Und ja, zum Abschluss gibt es, wie gehabt, ein kleines bisschen Werbung unsererseits. Danach werde ich, glaube ich, Andrea hosten. Die streamt gerade GW2, habe ich gesehen. Und wünsche euch eine schöne Restwoche, einen schönen Mittwochabend. Und man hört sich tatsächlich schon morgen früh um 12 Uhr wieder. Da werde ich ein bisschen PvP für euch streamen. So bis voraussichtlich 2 Uhr. Das wird sicherlich eine ganz lustige Nummer. Nicht Bronze, sondern tatsächlich Platin. Und nein, ich lasse nichts hängen. Leckt mich, ja. Ja, ich bin übrigens froh, dass der Insider erst um 8.45 Uhr kam, und nicht um 19.45 Uhr. Jetzt musstest du aber doch mal Öl ins Feuer kippen, Sputti. Ja, musste ich. Aber ich bin halt froh, dass der Insider nicht so ... Du hast mich enttäuscht. Du hast mich hängen gelassen. Okay, ich bin raus. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.